Jeeha! Schneller, Heppo! Galopp, galopp! Äh, Leo, ich bin ein Kran, kein Rennpferd. Äh, dann galoppier mal in den höchsten Gang! Hallo, Henry, da sind wir! Hallihallo, ihr Pferde! Jockeys, bitte absteigen! Das heißt, spring runter, Leo! Ich bin kein Jockey! Ich bin ein Cowboy! Juhu! Naja, wir sind doch nicht hier, um Cowboy zu spielen. Leo, du hast wohl vergessen, dass wir hier sind, um zusätzliche Ställe für die Pferde zu bauen. Das sind nicht irgendwelche Pferde, Bob. Das sind Vollblut-Rennpferde. Sie sind besonders schnell und auch besonders nervös. Es ist sehr schwierig, sie jeden Morgen einzufangen. Also bitte verschreckt sie nicht wieder, ja? Kann man diesen Krach bitte abstellen? Nun, das geht leider nicht. Aber ich will auf meinem Gelände kein Beep-Beep hören, nur klip-klapp. So, jetzt sind die Bretter hier und wir können anfangen. Keine Sorge, der Stall wird in Nullkommanichts fertig sein. Gut, das Hochhausenrennen ist bereits morgen und es ist absolut wichtig, dass die Pferde gut schlafen vor dem großen Rennen. Auf geht's, Team! Dann lasst uns anfangen. Leo, du lädst von Schleppo die Bretter für den Stall ab. Schon dabei! Waggi und Heppo, ihr beide haltet die Bretter in Position, während Wendy und ich sie zusammenbauen. Buddel, du verteilst die Strohballen. Also, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Juhu! Juhu! Kommt und lernt uns alle kennen, als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft hier mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Du kannst fahren, Schleppo. Dieses Gelände ist nicht groß genug für uns beide. Alles klar, Leo. Dann verdrück ich mich mal und roll die Straße runter. Und los. Danke, Schleppo. Ist mir eine Freude. Und vergiss nicht, fahr vorwärts. Und erschrick nicht die Pferde mit deinem Piep, Piep. Leise, ganz leise. So, der erste Dachabschnitt kommt nach links. Das hält das ganze Dach nachher stabil zusammen. Und ich mache inzwischen für die Pferdchen ein gemütliches Bett. Wenn ich es jemals schaffe, sie einzufangen und reinzubringen. Wenn ich nur wüsste, wo Leo steckt, wenn er nicht kommt, müssen wir das Dach ohne ihn anbringen. Jihah! Aufs Pferd, Cowboy! Bist du bereit, Wendy? Heppo, bitte vorsichtig runterlassen. Okay. Und absenken. Nein! Nein, 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 nein! Ich hab doch gesagt, ihr sollt die Pferde nicht erschrecken. Oh, tut mir leid. Hab ich vergessen. Das ist eine Rennstrecke. Kein Rodeo. Der letzte Stapel Strohbein und schon sind wir fertig. Was ist das denn? Das war wohl nicht so gedacht, nehme ich mal an. Wo sind meine Rennpferde? Äh, die sind da lang galoppiert. Oh nein, sie laufen auf die Rennstrecke zu. Die fange ich doch nie wieder ein. Ich weiß, wie wir sie einfangen können. Wendy, Leo, ihr schließt die Koppeltore. Buggy, du kommst mit mir. Auf geht's, Kumpel. Denen schneiden wir den Weg ab. Hä? Weißt du was, Bob? Jetzt fängst du auch schon an, so'n Quatsch zu reden wie Leo. Entschuldige. Wir treiben sie nur in die Lücke vor den Zaun dort. Aber Bob, wie soll ich denn bloß die Rennpferde einholen? Die sind doch ganz besonders schnell und darum auch besonders schwer einzufangen. Wir werden nicht so schnell sein wie sie. Wir machen es auf unsere Weise. Erinnerst du dich? Sie sind sehr schreckhaft und haben große Angst vor Maschinengeräuschen. Oh ja. Halt an, Buggy. Und warte auf mein Signal. Jetzt. Los geht's. Gute Arbeit, Kumpel. Das war super laut und super großartig. Weißt du was, Bob? Ich glaube, das könnte ich noch viel öfter machen. Da kommen sie. Bereit, Leo? Das ist deine Chance, ein richtiger Cowboy zu werden. Einer der Pferde einfängt. Äh, ja, ähm... Die rasen im schnellsten Gang. Keine Sorge, ich bin mit Pferden groß geworden. Ich sag euch, was zu tun ist. Heppo? Fahr deinen Kranarm aus, soweit du kannst. Und auch so schnell du kannst. Wir errichten jetzt ein Hindernis und leiten sie um auf ihre Koppel. Oh, Mann. Das geht einfach nicht schnell genug. Das klappt nicht. Wir haben nicht genug Zeit. Oh. Oh. Wow. 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 Ich wusste gar nicht, dass du mit Pferden aufgewachsen bist, Wendy. Oh ja, ich bin immer auf Pferden geritten. Aus Holz auf dem Kirmeskarussell. Hä? Großartig, Bob. Das war toll, wie ihr meine Pferde zurückgebracht habt. Hoffentlich hast du auch noch eine gute Idee, wie man sie in den Stall bekommt, bevor es dunkel wird. Tja, da kann man nichts anderes machen, als nochmal neu anzufangen. Wir müssen alles wieder aufbauen, auch wenn's die ganze Nacht dauert. Ach, Buddel. Ich hab da alle mit reingerissen. Die Ställe wären längst fertig, wenn ich die Pferde nicht erschreckt hätte. Einem echten Cowboy wäre das nie passiert. Wenn ich doch nur wüsste, wie ich das wieder gut machen kann. Also, ich hab ne Idee. Wendy und Heppo bleiben hier bei mir, um den Stall wieder aufzubauen. Leo, du bringst Buggy und Buddel zurück in ihre Garagen, damit wenigstens einige von uns genug Schlaf bekommen. Nur die Pferde leider nicht. Nach der ganzen Galoppiererei haben sie noch keinen Platz zum Schlafen. Die werden morgen nicht mal antraben können, weil sie so müde sind. Es gibt für sie keinen Platz zum Schlafen? Hör mal, Bob. Ja? Nein, Kuschel. Das ist nicht für dich. Gute Nacht, Buddel. Gute Nacht, Buggy. Gib auf dich Acht. Pass auf, dass deine Bremse nicht kracht. Danke, dass wir eure Garagen haben dürfen. Du hattest recht, Leo. Unsere Garagen sehen fast wie Pferdeställe aus, nur viel größer. Ja, drei Garagen für drei müde Pferde. Drei Eimer Hafer und drei Eimer Wasser. Ist das schön. Jetzt komm ich mir wie ein echter Cowboy vor. Ja. Das ist so toll, unter Sternen zu schlafen. Wie echte Cowboys im Wilden Westen. Gut gemacht, Cowboy Leo. Jetzt fühlen wir uns wie in einem richtigen Cowboy-Film. Ich tehnische... Drei Eimerer == Düzen Yoshi ... Mühlen muss ich... Wir nehmen uns in Entwurschland. Was für ein herrlicher Tag für das Hochhausrennen. Das Wetter ist gut für Pferde, Reiter und Zuschauer. Gute Arbeit, Team. Die ganze Nacht durchgearbeitet, aber wir haben es geschafft. Die Rennpferde schlafen heute Nacht bestimmt gut in ihren neuen Stellen. Die Reiter haben eine lange Strecke vor sich. Da sind sie nicht die einzigen. Sie haben laut der Startordnung ihre Positionen eingeladen. Oh, nicht schlafen. Ich glaube, das Rennen fängt gleich an. Und sie sind draußen. Dies wird ein sehr spannendes Rennen, denn wir haben die besten Rennpferde auf der Bahn. Unsere Reiter müssen sich mächtig ins Zeug legen. Nummer drei holt auf. Es ist unglaublich. Der Fabrik wird überholt. Aber ihr kennt ein Kopf, ein Kopf. Das ist mein Pony. Jeha. Wer hätte das gedacht? Dieses neue, supermoderne Pinguinbecken wird ganz toll. Die Pinguine werden sich riesig auf ihr neues Zuhause freuen. Was für Pinguine? Ich hab noch keine Pinguine gesehen. Immer mit der Ruhe, Heppo. Sie sind unterwegs. Die sind schneller hier, als du denkst. Schleppo ist schon losgefahren, um sie zu holen. Hoffentlich ist alles fertig, bis sie hier sind. Klar wird alles fertig sein. Wir sind fast soweit. Und was ist mit Baggi und Leo? Die wollen auch dabei sein, wenn die Pinguine kommen. Sie kommen schon rechtzeitig, Buddel. Sobald sie mit dem neuen Brunnen und dem Teich für das Rathaus fertig sind, fahren sie los. Also kommt schon, Team. Sehen wir zu, dass wir hier auch fertig werden. Kommt und lernt uns alle kennen, als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft hier mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Das ist ein äußerst wichtiger Besuch, Herr Brauer. Auf jeden Fall. Da darf nichts schief gehen. Da wird nichts schief gehen, Frau Bürgermeisterin. Ich muss mich darauf verlassen, Herr Brauer. Bürgermeister Schmoll ist schnell unzufrieden. Wir müssen alles dafür tun, dass er sich in Hochhausen wohlfühlt. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe schon eine Liste mit den interessantesten Plätzen der Stadt her. Ich bin mir ganz sicher, dass er sich bei uns wohlfühlen wird. Ich hoffe, Sie haben recht. Bürgermeister Schmoll ist schnell. Was? Er ist angekommen. Er ist hier? Jetzt schon? Kommen Sie schnell. Oh, er ist viel zu früh hier. Kommen Sie. Sieht so aus, als hätten die beiden einen anstrengenden Tag vor sich. Fertig. Gut gemacht, Leo. Das wird richtig toll. Jetzt kann das Wasser ins Becken laufen. Wohin soll der letzte Stein, Bob? Äh, ich denke darüber, Heppo. Ich kann es kaum erwarten, bis das Becken fertig ist und die Pinguine darin herumplanschen. Nicht so schnell, Heppo. Oh, oh, oh. Ganz sachte. Pass auf! Oh, nein. Entschuldige, Bob. Ich war nur so schrecklich aufgeregt wegen der Pinguine. Oh je. Die Scheibe hat Risse abbekommen. Wir können das Wasser nicht einfüllen, bevor das nicht repariert ist. Dazu brauche ich eine neue Scheibe. Hoffentlich haben wir genügend Zeit, bevor die Pinguine ankommen. Schönen guten Tag, Wendy. Bob, wo sollen die Pinguine hin? Gute Frage, Schleppo. Dummerweise ist das Becken noch nicht fertig. Ach du Schreck. Die werden langsam ziemlich laut da hinten. Ich finde, sie sollten nicht länger in dieser Kiste bleiben, Bob. Wow. Was ist denn hier los? Das war ein Unfall. Es tut mir so leid. Ist schon gut, Heppo. Wir müssen jetzt nur für die Pinguine eine Bleibe suchen, während wir die Scheibe reparieren. Ähm, Bob? Was ist denn, Heppo? Ich habe eine Idee, wohin wir die Pinguine bringen können. Dort wären sie auch sicher und würden sich wohlfühlen. Wie wäre es mit dem neuen Brunnen beim Rathaus, den Leo gerade fertig gebaut hat? Oh, genial. Der wäre perfekt. Die Bürgermeisterin ist noch weg. Und ihr seid sicher fertig, bevor sie wieder da ist. Was sagst du dazu, Bob? Tja, das ist eine super Idee, Heppo. Also lasst uns anfangen. Dann fahr hinter mir her, Schleppo. Alles wird gut, Pinguine. Bald planscht ihr fröhlich im neuen Brunnen herum. Also dann, wenn die Heppo, packen wir es an. Ja, die Burg Bauheim ist ein besonders schönes Beispiel für mittelalterliche Baukunst. Es ist Hochhausens ältestes historisches Denkmal. Ähm, gibt es in Ravental auch historische Gebäude, Bürgermeister Schmoll? Historische Gebäude? Ich kann solche alten Bauwerke nicht ausstehen. Ein Haufen bröseliger Steine, wenn Sie mich fragen. Oh, ja. Natürlich. In diesem Punkt muss ich Ihnen recht geben. Aber Hochhausen hat auch einzigartige Neubauten, nicht wahr? Und genau dieser wollten wir Ihnen als nächstes zeigen. Raus aus der Kiste mit den Pinguinen und ab ins Wasser. Viel Spaß, ihr Pinguine. Was für putzige Tiere. Die fliegen doch hoffentlich nicht weg, oder? Oh nein, das sind keine richtigen Flügel, Buggy. Das sind Schwimmflossen. Sie können schwimmen, aber nicht fliegen. Wie ich sehe, können sie auch hopsen. Ich glaube, denen gefällt es ihr, Leo. Ja, aber sobald ihr neues Becken fertig ist, bringen wir sie zurück in den Zoo. Perfekt. Sehen Sie nur, dieses fantastische Stadion ist Hochhausens ganze Stolz. Ja, wir hatten hier schon großartige Sportveranstaltungen. Ich habe kein Interesse an Sport. Immer im Kreis herumrennen, springen, in einem Ball nachjagen. Nein, das ist nicht mein Ding. Oh ja, verstehe. Sie mögen keinen Sport. Aber jetzt habe ich etwas für Sie. Das wird Ihnen sicher gefallen. Wir haben doch noch etwas, Herr Brauer, oder? Ja, ja, diesmal werden Sie begeistert sein. Hier kommt die neue Scheibe, Bob. Hervorragend. Also, dann wollen wir mal. Wir müssen die Pinguine so schnell wie möglich in das neue Becken bringen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Los, husch, schnell zurück. Sei ein lieber Pinguin. Du hast einen übersehen, Buggy. Guck mal. Oh nein, doch nicht da lang. Nein. Hey, bleib von der Straße weg. Vorsicht. Ein Glück, dass Bürgermeisterin Baugroß das nicht mitkriegt. Buggy, bleib ganz ruhig. Sie kommt nicht so schnell zurück. Sobald wir die Scheibe eingebaut haben, bringen wir die Pinguine zurück in den Zoo. Du, nicht da lang. Hey, geh wieder in den Brunnen. Hey, du. Willkommen im fliegenden Kochtopf. Zum leckersten Essen mit dem tollsten Ausblick über Hochaußen. Möchten Sie einen kleinen Happen essen? Dieses Gebäude hier, äh, das scheint sich etwas zu bewegen. Sehr richtig. Dies ist ein Restaurant, das sich langsam dreht. Es ist ein technisches Wunder dank modernster Ingenieurskunst. Wie wäre es mit Leberwurst und Sauerkraut? Mir wird irgendwie übel. Gute Güte. Bürgermeister Schmoll, sollen wir lieber gehen und zum Rathaus zurückkehren? Der Besuch von Herrn Schmoll ist ein einziger Reinfall und Sie haben ihr versprochen, dass nichts schief geht. Vielleicht hat er ja Lust auf Eis. Oh, wenn doch nur das Pinguinbecken endlich fertig wäre. Das erinnert mich an meine Zeit in Südamerika. Wo ist Bob? Was soll ich nur tun? Was ist denn hier los? Wer ist verantwortlich für dieses Diesen? Dieses furchtbare, entsetzliche Chaos. Zirkus! Es tut mir so leid, Herr Schmoll, dass hier alles drunter und drüber geht. Felsenpinguin! Entschuldigen Sie bitte. Das sind Felsenpinguine! Sind die nicht ganz außergewöhnlich, so lebhaft und so spaßig? Wie? Ja, wirklich reizend. Woher wussten Sie, dass ich Pinguine liebe? Äh, nur... Und Sie haben dieses wunderbare Vergnügen nur für mich organisiert? Danke vielmals! Wir freuen uns, wenn sich unsere Besucher hier wohlfühlen. Oh, oh! Hallo, Bob! Der Gast von Bürgermeisterin Baugroß ist ein Fan von Pinguinen. Oh, wie schön! Und deshalb wollte Bürgermeisterin Baugroß wohl, dass Sie mit zum Zoo kommen, um das neue Pinguinbecken einzuweihen. Äh, habe ich da recht? Ganz genau! Ich hatte geplant, dass dies der Höhepunkt Ihres Besuchs wird. Oh, das mache ich gerne! Vielen Dank! Großartig! Dann kommt mal alle mit. Worauf warten wir noch? Hiermit erkläre ich Hochhausens neue Eislandschaft für Pinguine offiziell für eröffnet. Das war der beste Besuch seit langer Zeit. Ich danke Ihnen vielmals, Frau Bürgermeisterin Baugroß. Und Ihnen danke ich auch, Herr Brauer. Oh ja, das ist, ähm... Und ich danke dir, Bob. Du hast wieder einmal meinen Tag gerettet. Bürgermeister Städlich kommt nächste Woche zu Besuch. Ach ja? Ich habe gehört, er mag Elefanten. Was? Okay, kann losgehen. Und lächeln! Ah, Frau Bürgermeisterin! Es ist alles fertig. Ihre Tür quietscht nicht mehr. Ich habe ein paar Tropfen Öl auf die Türangeln gemacht und jetzt läuft es wie geschmiert. Bob, wir wollen gerade ein Foto machen. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Wir sind schon weg. Also dann ein neuer Versuch. Und immer schön dran denken, das Foto ist für die Rathauszeitung, meine Lieben. Also zeigt mir euer schönstes Lächeln. Tschüss! Oh, tschüss! Hey, wieso kommt Mila denn in die Zeitung? Sie macht bei einer Fernsehsendung für Kinder mit. Die Quizflitzer. Wenn sie gewinnt, gewinnt sie einen Pokal für Hochhausen. Das ist ja superklasse. Jetzt geht's los ins Fernsehstudio. Drückt mir die Daumen, Sportis Hochhausen. Los, Mila! Wuhu! Ja, los, Mila, los, Mila! Wuhu! Was ist los? Wir wollten bei den Zuschauern sitzen, um Mila anzufeuern. Aber wir haben leider keine Karten gekriegt. Hm. Ich habe gerade eine superdupe Idee. Bob kann im Stadion einen riesen Fernseher anbringen. Dann können nämlich alle in Hochhausen zusehen. Wir alle gemeinsam unter den Sternen. Aber Frau Bürgermeisterin, die Quizflitzer läuft heute Abend. Keine Sorge, Leo. Ich mach das schon. Hey, Freunde. Es ist Bob. Hallo, Team. Wir müssen im Stadion einen riesigen Fernseher anbringen. Und ganz Hochhausen zählt auf uns. Okay, Team. Ihr habt's gehört. Packen wir's an. Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der It. Wir haben immer viel zu tun. Doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut. Schleift ein. Jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern. Wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut. Schlag ein. Halt ihn ganz ruhig, Heppo. So. Fertig. Ein viereckiger Stahlrahmen, an dem wir den Fernseher aufhängen. Und was kommt als nächstes, Leo? Hm. Lass mich nachsehen. Juhu, Heppo. Du ahnst nicht, was passiert ist. Ich hatte gerade eine super duper Idee. Wir hängen Banner auf für die Sportis Hochhausen und mich. Aber dazu brauchen wir deine Hilfe. Oh, ich helfe natürlich sofort. Wunderbar. Dann bitte hier entlang. Gut, Heppo. Als nächstes müssen wir an der Rückseite vom Rahmen ein, zwei Stützen anbringen. Äh, Heppo? Wo ist der hin? Also gut. Dann werde ich die Rahmenstützen eben allein bauen. Was soll's. Wow. Der ist ja wirklich groß. Ob die Fernbedienung auch so groß ist? Genau genommen hat dieser Fernseher keine Fernbedienung. Mein Tablet wird ein Signal empfangen und es zum Fernseher senden. Und dann schauen wir das Quiz auf dem Bildschirm. Wow. Hier. Ich zeig's euch. Hast du wieder dein Passwort vergessen, hä? Das kennt doch jeder. Ja, Baumeister Nummer eins. Oh, Bob. So. Alle Banner sind aufgehängt. Schlagt ein, Leute. Oh, äh, ja, ähm, schlag ein. Danke, Frau Bürgermeisterin. Ich find's echt cool, dass Sie an die Banner gedacht haben. Cool? Was, ich? Wie wär's dann, wie wär's damit noch eine super duper Idee? Was haltet ihr von einer Popcorn-Maschine? Ich ruf Fritti an, dann kannst du sie gleich abholen, Heppo. Klaro. Oh, das heißt, du hilfst uns? Na ja, äh, bei Leo scheint alles zu laufen. Also klar, ich werde euch helfen, natürlich. Los, Heppo! Juhu! Oh, Heppo, gut, dass du kommst. Ich hab Probleme damit, den Rahmen gerade zu halten. Dann muss ich das eben ohne Hilfe schaffen. Bis jetzt war ich gar nicht so schlecht, find ich. Der Fernseher müsste jetzt jeden Moment angehen. Das Tablet hat das Signal bekommen, aber das Bild ist total unscharf. Und wie ist es jetzt? Danke, Dennis Blitz. Du hast uns von den grünen Schleimmonstern gerettet. Das war gar nichts. Wie sag ich immer? Mit einem Boom, Zoom schlägt der Blitz zweimal ein. Ich glaube, der Fernseher läuft jetzt. Toll, Heppo! Juhu! 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 Braucht ihr sonst noch irgendetwas? Wie wär's mit einem Getränkeautomaten, ein dieser Milchshake-Mixer? Schon unterwegs. Ich fahr zurück zu Fritti. Oh, sehr gut, Leo. Du hast die Stützbalken ganz allein festgemacht. Jetzt brauchen wir nur noch den Fernseher. Dennis Blitz, musst du uns jetzt schon verlassen? Tut mir leid, Team, aber der Fernseher muss jetzt abgeschaltet werden. Oh, Bob! Bleib länger. Bitte, Dennis, tu es für mich. Ich wünschte, ich könnte es. Äh, Wendy, der Fernseher muss jetzt ins Stadion. Und denk immer dran. Wendy! Bob, wo warst du denn? Der Fernseher muss jetzt rüber ins Stadion. Jetzt haben wir alles, um Mila anzufeuern. Danke, Heppo. Klasse. Oh, das ist bestimmt Schleppo mit dem riesigen Fernseher. Heppo, bereit, den Fernseher anzuheben? Und ich passe auf, dass die Bürgermeisterin und die Sportis uns nicht bei der Arbeit stören. Okay, Heppo, zieh ihn hoch. Und jetzt anhalten. Du kannst jetzt wegfahren, Schleppo. Gut, hab verstanden, Bob. Heppo, jetzt bewegt den Fernseher ganz vorsichtig in Richtung Rahmen. Hängt gut. Das hätten wir geschafft. Jetzt müssen wir nur noch die Gerüste wegschieben. Das sieht alles sehr stabil aus. Schnell, der Fernseher fällt runter. Die Stützen sind auch weg. Keine Sorge, ich helfe euch. Schnell weg hier. Es bricht alles zusammen. Achtung, der Rahmen fällt um. Leo, was ist passiert? Wieso haben sich die Stützbalken gelöst und wieso ist der Rahmen umgestürzt? Äh... Es ist nicht Leos Schuld, sondern meine. Ich habe Leo im Stich gelassen, weil ich stattdessen den Sportis Hochhausen geholfen habe. Es tut mir so leid. Aber es ist meine Schuld. Ich hätte so eine schwere Arbeit niemals allein machen dürfen. Entschuldige, Bob. Oh, und mir tut es auch leid. Ich hatte Heppo nämlich um Hilfe gebeten. Wow, so viele Entschuldigungen und so viele Reparaturen. Was sollen wir jetzt tun? Bald kommen die Leute, um Mila beim Quiz zu sehen. Fendi, ruf Buddel und Buggy. Wir brauchen ihre Hilfe. Sportis und Bürgermeisterin Baugroß, ihr holt Kissen, auf denen die Leute sitzen können. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Und diesmal, Leo, verspreche ich, dass ich dir helfen werde, okay? Okay. Also, Mila, wenn du diese Frage richtig beantwortest, gewinnst du den Pokal für Hochhausen. Was benutzt man, damit Türen nicht mehr quietschen? Ist es A. Wasser, B. Öl oder C. Salz? Ich weiß es. Bob hat es für die quietschende Tür von Bürgermeisterin Baugroß benutzt. Die Antwort ist B. Öl. Richtig! Ja! Ja! Das hast du großartig gemacht. Alles nur wegen meiner quietschenden Tür. Äh, Bob, könnten wir den Fernseher nicht einfach behalten? Und wessen Idee war das? Wendys! Guten Morgen allerseits! Guten Morgen, Bob! Also, ich habe eine tolle Neuigkeit für euch, Freunde. Was ist toll? Was ist toll? Der Filmstar Dennis Blitz wird in den Hochhausener Filmstudios einen Film drehen. Wow! Dennis Blitz! Die Leute vom Film haben uns gefragt, ob wir ihnen bei der letzten Szene helfen können. Wir sollen die Hintergründe für sie bauen. Ja! Das ist ja super! Das wird der beste Tag überhaupt! Ich finde Dennis Blitz echt toll. Das Baumaterial ist schon in den Filmstudios. Jetzt warten alle auf uns. Ja! Dennis Blitz ist mein Held. Buddel? Hm? Kommst du? Ja! Ich weiß alles über Dennis Blitz. Ich kenne sogar seinen Lieblingsspruch. Mit einem Boom, Zoom! Schlägt der Blitz zweimal ein. Wer weiß, Buddel? Vielleicht triffst du deinen Superhelden sogar. Oh, das wäre zu schön. Oh ja! Ich werde Dennis Blitz kennenlernen. Wie aufregend! Schön, euch wiederzusehen, Leute. Ich bin Karl Carstens, der Regisseur, wie ihr sicher noch wisst. Und was ihr hier seht, sind meine Ideen für den Film. Wir haben jede Szene aufgezeichnet, sodass wir genau wissen, was gebaut und gefilmt werden muss. Also! Dennis springt vom Balkon und fliegt durch die Luft, während überall um ihn herum die Funken sprühen. Okay, ihr habt nicht viel Zeit, um alles für diese Szenen aufzubauen. Wir müssen bis zum Abend fertig sein, denn schon ab morgen dreht Dennis einen ganz neuen Film, wisst ihr? Also! Könnt ihr das schaffen? Jo, wir schaffen das! Zurufe 2 BR 2017 BR 2018 Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit! Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt Die besten Freunde helfen gern, wir geben was wir können Wir sind ein Team, 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 Team Jeder ruft ganz laut, schlag ein Oh, ich kann Dennis Blitz nirgendwo sehen Ah, Leo, hilfst du mir die Pyrotechnik aufzubauen? Pyrro, was? Die Pyrotechnik, also das Feuerwerk, das gleich die ganzen Funken versprüht, wenn Dennis fliegt Komm mit, ich zeig's dir Wartet, da ist der Dennis Blitz Ja Oh nein, er geht, ich muss ihn kennenlernen Okay, Leo, das hier sind die Feuerwerkskörper Sie leuchten auf und sprühen dabei lauter Funken Aber von wo starten wir das Feuerwerk denn nachher? Von ganz da oben, wichtig ist, dass die Funken später nur nach oben sprühen Und deshalb zeigen die Öffnungen auch nach oben Wenn die Öffnungen nämlich nach unten zeigen würden, könnten die Funken auf die Scheinwerfer treffen Dann würde ein Feuer entstehen Ganz genau Aber da alle Feuerwerkskörper richtig rumhängen, kannst du sie jetzt hochfahren Da ist der, Dennis Blitz, Dennis Blitz Budel, oh nein, los, halt an Ah, Budel Entschuldige, Leo, aber ich suche Dennis Blitz Puh, die Öffnung zeigt immer noch nach oben Dennis Blitz Dennis Blitz Dennis Blitz Dennis Blitz Bob, der Baumeister? Oh, Dennis, freut mich, dich kennenzulernen Wow Du hast einen Hammer und einen Meißel Oh, ich liebe einfach alles, was mit Bauen zu tun hat Sieh mal, Dennis Ich hab einen Krach Und ich kann toll buddeln Dennis, wir müssen los Karl will, dass ich deinen Sicherheitsgurt teste Und ganz besonders mag ich Bagger und Kräne Wow Ihr seht super aus Hm, das könnte noch eine Weile dauern Wow, was für eine Schaufel Dennis muss hier irgendwo sein Hey, Budel Kannst du mir helfen? Äh, natürlich Äh, was kann ich für dich tun? Du könntest für mich nachsehen, ob die Lichter an den Feuerwerkskörpern noch grün sind Wenn sie rot leuchten, weiß ich, dass etwas nicht stimmt Kein Problem, Bendy Hm, Bendy Ich sehe grüne Lichter Und Dennis Blitz Bendy, mit einem Boom, Zoom Muss ich jetzt los Wo ist er nur hingegangen? Die Lichter sind grün Das kann ich abspeichern Mit dem Feuerwerk ist also alles klar Hier herein, bitte Du musst dich für den Dreh fertig machen Und was ist noch in der Werkzeugkiste? Boah, eine Schutzbrille Die ist so cool Entschuldigung, wir haben keine Zeit zum Reden Wir müssen einen Film drehen Oh, komm schon Kann ich meine Brille wieder haben? Achtung, wir sind soweit Wir können drehen Wo ist Buddel? Da ist er Und diesmal lasse ich Dennis nicht aus den Augen, bis ich mit ihm gesprochen habe Oh 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 nein Spring, Dennis, spring Vorsichtig Etwas stimmt nicht mit der Pyrotechnik Bleibt alle, wo ihr seid Die Funken fliegen nach unten Die Filmhintergründe könnten Feuer fangen Das lasse ich nicht zu Keiner bewegt sich Das Feuerwerk muss gestoppt werden Und dann kommt der Feuerlöscher zum Einsatz So Oh, jetzt kann nichts mehr passieren Jetzt kann nichts mehr passieren Buddel, du hättest niemals so durch die Funken fahren dürfen Ich weiß Tut mir leid So ein Chaos meinetwegen Mir tut es auch leid Die Öffnungen der Feuerwerkskörper hätten nie nach unten zeigen dürfen Das ist auch meine Schuld Ich bin gegen die Stützen gefahren Und ich habe nicht nochmal nach den Lichtern gesehen Und das nur, weil ich meinen Helden treffen wollte Das ist eine Katastrophe, Bob Ich muss diese letzte Szene heute unbedingt drehen Keine Sorge Wir sind die Retter in der Not Genau wie Dennis Blitz Wir schaffen das Das ist eine Katastrophe, Bob Wir sind fertig Aber leider ist die Holzstütze von einem der Hintergründe kaputt Ich könnte ihn abstützen, Bob Aber Buddel, Dennis ist doch dein Held Willst du ihm gar nicht beim Drehen zusehen? Ja schon, aber das ist jetzt egal Es ist meine Schuld, dass die Stütze kaputt gegangen ist Jeder auf seine Position Und Action Und wieder einmal Hab ich den Tag gerettet Und die Welt Mit einem Boom-Zoom Schlägt der Blitz zweimal ein Und Schnitt Danke an alle Das war's Die Dreharbeiten sind beendet Ich bin gespannt, wie es gelaufen ist Es war einfach toll Danke, Buddel Dennis Blitz Das bin ich Mit einem Boom-Zoom Schlägt der Blitz zweimal ein Äh, Dennis? Eine Wasserwaage Dennis Sieh dir die kleine Blase an Einmal hin Einmal her Einmal hin Einmal her Dennis, ich muss jetzt einpacken Einmal her Einmal her Frau Bürgermeisterin Nun sagen Sie mir doch Warum wir hier sind No, 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 no Das ist erschrecklich Das geht gar nicht Senior de Sousa Sehr erfreut Frau Bürgermeisterin Ich befürchte Die Traumtanschau muss ausfallen Ausfallen? Aber wieso denn? Die Traumtanschau? Simons bekannte Fernsehtanschau Ich habe dafür gesorgt, dass sie morgen Abend hier in Hochhausen stattfindet Aber wie soll ich hier tanzen? Hier ist keine Stimmung, kein Licht, keine Diskokugel Und auch das wichtigste Feld Ein schwingender Tanzboden Und wenn ich all diese Dinge für Sie besorge bis zur Vorstellung? Dann gehört der erste Tanz in meiner Show nur Ihnen Sie tanzen doch Tango, Frau Bürgermeisterin Oh ja, Simon Natürlich Mein Handy, Herr Brauer Hallo, Frau Bürgermeisterin Bob, ich habe die einmalige Chance mit Simon de Sousa zu tanzen Du musst mir dabei helfen Äh, und was genau kann ich tun in dieser Sache? Das Stadion muss für die Traumtanschau umgebaut werden bis morgen Abend Aber natürlich nicht nur für mich Es ist äußerst wichtig für alle Leute in Hochhausen Wird sofort erledigt Auf dich ist immer Verlass Hallo, Frau Bürgermeisterin? Die Bürgermeisterin kann gerade nicht, Bob Ich schicke dir eine E-Mail mit all ihren Wünschen Gut, ich bin dann gleich morgen früh vor Ort Hast du schon mal einen Schwingboden gebaut, Wendy? Nein, aber ich habe schon auf einem getanzt Ich hatte Ballettstunden, als ich klein war Hier Schwingböden gibt es auch in Turnhallen Weil sie Stöße und Sprünge richtig gut abfangen Denn sie federn, wenn man auf ihnen tanzt und springt Genau das brauchen wir für die Traumtanschau Bob, ich bin ja schon so aufgeregt wegen heute Abend Kannst du tanzen, Bob? Au! Sieht nicht danach aus Entschuldigung Wenn du zählen kannst, kannst du auch tanzen Eins, zwei, drei Eins, zwei, drei Sehr hübsch, Bürgermeisterin Baugroß Aber wir sollten anfangen Achso, ja, natürlich Kommt alle mit Ich zeige euch, wo der Schwingboden hin muss Schon lustig, dass Bürgermeisterin Baugroß sich so für einen Tänzer aus dem Fernsehen begeistert Fängst du bitte mit dem Abladen an, Leo? Ja, und ich mache das sogar tanzen Oh, du kannst das rückwärts und vorwärts Diesen Tanz nennt man Moonwalk Toll, den versuche ich auch Du fährst ja nur rückwärts, Buggy Oh, da hast du wohl recht Bringst du mir einen anderen Tanz bei, Leo? Die Bürgermeisterin hat gesagt Wenn man zählen kann, kann man auch tanzen Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn, elf, zwei, zehn, elf, zwei, fünf, zehn Ha, du musst im Rhythmus zählen, Buddel Eins, zwei, drei Eins, zwei, drei Hab's verstanden Aber ich wette, du kannst das hier, Heppo Entschuldige Juhu, ich tanze Oh, ich glaube, ich habe die falsche Figur zum Tanzen Ach, so ein Quatsch Jeder tanzt, so wie er tanzen will Es geht nur darum, wie du dich fühlst Und nicht, wie du dabei aussiehst Komm jetzt, wir laden ab Wir legen eine Schicht Gummipolster auf diese Latten hier Und dann kommt eine weitere Lage Latten im rechten Winkel obendrauf Wie Vierecke? Gut, Leo Danach wird die letzte Lage Latten wieder im rechten Winkel aufgelegt Das ist ein Muster, wie bei einem Gitter Aha So, das ist 35 Meter lang Oh, was ist denn das? Das ist eine Diskokugel, die kommt über die Tanzfläche Wenn sie sich dreht, spiegeln sich die Lichter darauf wieder Siehst du? Oh, das ist ja wunderschön Darunter würde ich sehr gern tanzen, Wendy Wenn wir nicht bald weitermachen, tanzt heute Abend niemand darunter Also los! Komm und lernt uns alle kennen Als Team sind wir der Hit Wir sind ein Team, 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 Team Jeder ruft ganz laut Schlag ein Wo ist Simon? Wir wollen ein Autogramm Und wir wollen ihm unseren Tanz vorführen Er ist nicht hier Ist nicht schlimm Sportis Hochhausen, auf zum Training! Oh! Oh! Mach dir nichts draus, Antrum Ich kann auch nicht tanzen Jeder kann tanzen, Heppo Du musst nur deinen eigenen Stil finden Kommt mit! Wir gucken uns die Tanzfläche an Hier lang Ich tanze Ich kann doch tanzen Ich kann's Konzentrieren Sie sich, Herr Brauer Ich muss das perfekt können bis heute Abend Noch einmal und bitte etwas mehr Gefühl Vorsichtig, ganz sanft die Knie beugen Das ist echt cool Wie toll es wäre, wenn wir darauf tanzen dürften Oh ja Ist das hier meine Tanzfläche? Simon! Hallo! Wir sind nicht ganz fertig, Senior de Sousa Es fehlen noch Sperrholzplatten und die Tanzoberfläche Darf ich mir das kurz ansehen, bitte? Selbstverständlich Heppo, holst du das Sperrholz bitte her? Aber gern mit Vergnügen, Bob Sieh dir unseren Tanz an, Simon Wenn ich da nur mitmachen dürfte Heppo! Äh Mein Schwingboden Oh, Vajo Senior de Sousa Es tut mir so schrecklich leid Ich bin viel zu groß und ungeschickt für so einen Schwingboden Und werde natürlich auch niemals auf einem tanzen Ich bring das wieder in Ordnung, versprochen Ehrlich, das war ein Unfall Und dabei wollte er so gerne tanzen Erzähl es nicht weiter Aber als ich ein kleiner Junge war Naja, ich hatte nicht die richtige Größe und Figur zum Tanzen Ich hab damals alles umgestoßen Wirklich? Das ist ja genau wie bei mir Aber ich wollte unbedingt tanzen Mehr als alles andere in meinem Leben Diesen Wunsch ließ ich mir nicht nehmen Ich habe geübt, geübt, bis ich dann endlich Der Superstar wurde, der ich heute bin Du darfst deine Träume niemals aufgeben, Heppo Also, mein Tanzboden Könnt ihr das wirklich schaffen? Jo, wir schaffen das Das ist so schön geworden Es ist perfekt Ich muss mich jetzt auf meine Vorstellung vorbereiten Ich danke euch allen Ich hoffe Du gibst niemals auf und bewahrst dir deine Träume Ich glaube, das wird eine tolle Vorstellung Simon Wo ist meine Kartrobe? Ich habe geprobt den ganzen Tag Sehen Sie? Au, hau mein Zeh So können Sie keinesfalls tanzen, Barbara Ach du meine Güte Wie soll ich denn nun bloß die Show eröffnen? Was für ein Unglück Wendy kann tanzen Wirklich? Bob Wow Wendy, du bist echt gut Ich habe früher einfach viel geübt Dann ist es eigentlich ganz leicht Sie ist einfach klasse Finden Sie nicht, Frau Bürgermeisterin? Gar nicht so viel schlechter als ich Guten Morgen, Team Guten Morgen, Bob Heute werden wir mit dem Abriss fertig Wenn die Fabrik erstmal weg ist Können wir endlich anfangen Das neue Hochhaus zu bauen, Freunde Toll, ich mache gerne Dinge kaputt Das macht so viel Spaß Buggy Obwohl es nicht so viel Spaß macht, wie Dinge aufzubauen Wollte ich sagen Dieser Schornstein ist sehr hoch Wie sollen wir den überhaupt abreißen, Bob? Oh, wir werden ihn nicht abreißen Unser Plan ist, ihn wegzusprengen Ja, mit Sprengstoff Kabu Wir werden sehr vorsichtig sein mit dem Sprengstoff, Leo Oh ja, natürlich Sollen wir wirklich Sprengstoff nehmen? Das klingt sehr gefährlich Tja, wir hatten neulich eine Schulung zum Abriss von Häusern Und wir haben ein Zeugnis, das uns erlaubt, Sprengstoff bei der Arbeit zu benutzen Wow Ein Zeugnis, um Dinge zu sprengen? Ich will auch so eins Aber gibt es bei der Explosion nicht einen großen Knall? Ich mag es gar nicht, wenn es so laut wird Aber ich mag es groß und laut Kabu Buggy Also Team, was meint ihr? Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das Wir haben immer viel zu tun Doch jeder hilft hier mit Jeder ruft jetzt laut Schlagt ein Jeder klatscht im Takt Die besten Freunde helfen gern Wir geben, was wir können Wir sind ein Team, 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 Team Jeder ruft ganz laut Schlagt ein Okay Team, ihr arbeitet an den Innenwänden und den Stahlträgern hier am Haupteingang Wendy und ich werden den Seiteneingang am anderen Ende abreißen Mit Sprengstoff? Noch nicht, immer eins nach dem anderen Klar, Robert Ha, nichts und niemand kann dem Abriss-Buggy widerstehen Oh, das war so viel Spaß Ha, 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 ha Ja, ha, 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 ha Ja, ha, 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 ha Puh Heppo, was sollen die? Wah, ha, 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 ha Sag schon Dieser plötzliche Krach hat mich furchtbar erschreckt Ich sagte euch, ja, ich mag es nicht, wenn es laut wird Aber wir graben und bauen und heben, Heppo. Wir machen doch immer laute Geräusche. Ich weiß, aber ich muss immer an den Schornstein und die Explosion denken. Und dann wird es mega laut. Hör mal. Kaboom! So etwa. Hör bitte auf damit. Was? Nicht mal ein Kaboom? Ich mag das einfach nicht. Alles in Ordnung, Heppo? Ja. Nein. Weißt du, ich erschrecke mich andauernd, um ehrlich zu sein. Und Buggy ist nicht gerade hilfreich. Was? Was habe ich getan? Ich habe nur den Dach benutzt, so wie immer. Du meinst den Bohrer. Ich liebe den Dadadadas. Ja, das tust du. Einer kommt, einer fährt weg. Perfekte Planung. Willst du die Träger nehmen, Schleppo? Ich kümmere mich später darum. Stapel sie erst mal übereinander. Oh, Buggi, hör auf damit. Das war ich doch gar nicht. Schleppo hat den Krach gemacht. Das nennst du Krach? Ich weiß noch, als ich quer durch Island fuhr und nur einen Vulkan als Gesellschaft hatte. Also das war laut. Ich fache jetzt und arbeite da, wo es leiser ist. Vielleicht brauchen Bob und Wendy etwas Hilfe. Und Abriss-Buggi reißt weiter Bünde ab. Aufgepasst, ich komme. Bob? Bob? Wendy? Heppo, hast du dir wehgetan? Ich glaube, noch mehr Aufregungen ertrage ich heute nicht. Du musst ein bisschen besser aufpassen. Wir waren gerade dabei, die Wände abzureißen, als du gekommen bist. Ich wollte nur wissen, ob es einen ruhigeren Platz zum Arbeiten gibt. Ruhiger? Wir bohren, hämmern, zerschlagen Dinge. Da ist es nun mal laut. Das klingt nicht nach dir, Heppo. Was ist los? Ich glaube, ich bin etwas aufgeregt, weil der Schornstein gesprengt werden soll. Das wird auch sehr laut werden. Aber bis dahin ist der Rest fertig. Wir sagen dir Bescheid, wenn es soweit ist. Du musst keine Angst haben. Okay, Bob. Ich werde es versuchen. Hast du schon die Träger zur Seite gelegt? Schleppo will sie zum Recyclinghof bringen. Einige fehlen noch. Danke, Bob. Buggy? Buggy? Bist du hier irgendwo? Abriss, Buggy? Gott sei Dank. Gabo! Buggy! Jetzt beruhige dich, Heppo. Das war doch nur ein Spaß. Aber das war nicht lustig, Buggy. Was ist passiert? Ich habe mir einen Spaß mit Heppo erlaubt, aber ich glaube, es war wohl ein Kabum zu viel. Buggy, du solltest keinen Quatsch machen, wenn wir Häuser abreißen. Ich weiß, Wendy, aber ich konnte mich nicht zurückhalten. Und jetzt sieh dir an, was ich getan habe. Jetzt haben wir ein Problem. Der Schornstein hat auf der Seite ein Loch. Wenn wir ihn sprengen, fällt er auf die Straße. Oh nein! Heißt das etwa, du kannst ihn nicht sprengen, Bob? Wir können ihn nur mit Sprengstoff sicher zum Einsturz bringen, Heppo. Aber zuerst müssen wir dafür sorgen, dass er zur richtigen Seite fällt. Also müssen wir erst mal das Loch dicht machen. Wir müssen ein Gerüst bauen, um da ranzukommen. Wir helfen euch, Bob. Ja, und ich mache auch keinen Quatsch mehr. Das verspreche ich. Okay, Team. Um den Schornstein müssen wir uns zuerst kümmern. Wir beeilen uns, aber wir sind vorsichtig. Verstanden, Bob. Verstanden, Bob. Verstanden, Bob. Die Straße ist abgesichert, Wendy. Sehr gut, Freunde. Und der Kasten da macht den großen Knall? Das ist der Zünder, der die Sprengung auslöst. Wir müssen nur die Kabel anschließen und dann kann es losgehen. Okay. Keine Sorge. Das Kabum wird sicher nicht so laut sein, wie du denkst. Hä, Po. Es tut mir leid, dass ich dir Angst gemacht habe. Das wollte ich nicht. Ist schon gut, Buggy. Aber ich muss mich darauf vorbereiten, weißt du? Super Idee. Tief atmen, ein und aus. Denk an was Schönes. Zum Beispiel Kätzchen und Häschen? Ja, ganz genau. Ist alles fertig. Schalte den Alarm ein, Wendy. Es geht los. Alle zusammen. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Wir haben es geschafft, Bob. Gute Arbeit. Oh, ich bin echt froh. Das war gar nicht so laut, wie ich gedacht hatte. Also ehrlich, du hattest recht, Buggy. Das war wirklich aufregend. Buggy? Buggy? Wo bist du? Ist es vorbei? Es war fantastisch. Hast du es nicht gesehen? Ähm, nein. Ich hab's nur gehört. Also Team, es geht weiter. Wir müssen hier aufräumen. Kaum schon, Buggy, ist alles in Ordnung. Der große Knall ist vorbei. Heute gibt's keine lauten Geräusche mehr. Wenn du es sagst, Heppo. Ah! 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 Oh, Möwi. Kaum zu glauben, dass wir wirklich in die Hochhausener Filmstudios reinschauen dürfen, oder? Ich weiß. Und dass wir beim nächsten Weltraumroboter-Film mitarbeiten. Ich bin so aufgeregt. Nimm das, du böser Weltraumroboter. Eigentlich hab ich schon immer davon geträumt, Schauspieler zu werden. Naja, wir sind hier, um zu arbeiten, nicht um zu schauspielern. Seht mal, da kommt der Regisseur. Der ist aber ganz schön klein geraten. Nein, das ist D-1-1-D, einer von den Weltraumrobotern. Hallöchen! Das ist der Regisseur. Ich bin Carl Carstens. Ihr seid wohl die Bauleute, die uns bei unseren Filmhintergründen helfen, nicht wahr? Ja, und wir bauen auch die Rakete. Wir können es kaum abwarten, anzufangen. Oh, da ist ja D-1-1-D. Ich liebe diese Roboter. Oh, au! Entschuldigung, aber die Dinger sind manchmal echt schwer zu steuern. Der hier ist ja völlig außer Kontrolle. Ich mag ihn nicht. Entschuldigung! Das bin nicht ich, das ist die Fernbedienung. Ich muss das erst noch lernen. Wie dem auch sei, die Weltraumroboter 3 kommt in den Sommerferien in die Kinos. Das bedeutet, wir müssen heute Abend mit den Dreharbeiten beginnen. Kein Problem, es wird alles rechtzeitig fertig sein, nicht wahr, Team? Ja, Bob! Ja, Bob! Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen, als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein. Jeder klatscht im Takt, die besten Freunde helfen gern. Wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Leo, Buggy, kommt mal her! Hallo, Sophie. Was macht ihr hier? Ich musste einfach herkommen, als ich gehört habe, dass sie hier Weltraumroboter 3 drehen. Ich würde so gerne einmal D11D treffen. Ich kann sogar reden wie er. Biep, Baba, Biep. Ich mag ihn am liebsten. Pudel mag ihn nicht so gerne. Oh, da ist D11D. Oder D1, wie ich ihn nenne. Ich glaube, der Regisseur hätte mich gern in dem Film dabei. Das gibt's nicht. Das gibt's echt nicht. Leo baut hier nämlich nur die Filmhintergründe. Ach übrigens, Bob hat mich gebeten, euch beide zu holen. Er baut Hintergründe? Das hört sich aber auch toll an. Hippos Kabel sind ein bisschen verknotet, Sophie. Ich spiel in dem Film mit. Also gehe ich jetzt besser und lerne den Text. Wir sehen uns. Biep, Baba, Biep. Leo, spielst du wirklich in dem Film mit? Tja, Karl gibt mir bestimmt eine Rolle, wenn ich ihm erst mein Schauspieltalent gezeigt habe. Psst, Leo, da ist der Regisseur. Deine Chance entdeckt zu werden. Danke, Buggy. D11D, pass auf, hinter dir steht ein gefährlicher Weltraumroboter. Hm, der Linsendeckel war noch drauf. Kein Wunder, dass ich nichts sehen konnte. Oh, hallo, das sieht hier schon wirklich toll aus. Weiter so, Leute. Oh. Also, für die Mondoberfläche haben wir zwei verschiedene Arten von Sand zur Auswahl. Erstens, dieser Sand, er ist sehr dunkel. Und dann haben wir noch den hier, der ist sehr viel heller. Mir gefällt der erste viel besser. Mir auch, gute Wahl, Wendy. Also, dann nehmen wir den dunklen Sand. Oh. Ich bin begeistert. Fantastisch. Nur eine Kleinigkeit noch. Könnte da vielleicht eine Tür rein? Eine Tür, die sich öffnet, sodass die Weltraumroboter zum Vorschein kommen? Oh, das wäre einfach klasse, wenn das irgendwie möglich wäre. Das ist gar kein Problem, Karl. Du hast die Ideen und ich setze sie um. Oh. Ich gebe es auf, Bagi. Ich glaube, ich bin einfach doch kein Schauspieler. Was? Ich finde, du bist toll, Leo. Guck mal, da ist Sophie. Viel Glück beim Film, Leo. Wie soll ich ihr nur sagen, dass ich gar nicht mitspiele? Soll ich es ihr sagen, Leo? Piep, Papa, piep. Nein, wir sagen es ihr noch nicht. Du weißt doch, im Film ist einfach alles möglich. Entschuldigung. Vorsicht. Hier kommt Brudel mit einem großen, bösen Roboter. Hallo, Wendy. Hast du Leo gesehen? Ähm, nein. Ist schon eine Weile her. Ungefähr hier, Karl? Soll hier der große Roboter hin? Das ist perfekt, Bob. Okay, Heppo. Er ist schwer, also vorsichtig anheben. Hey! Fein rüber zu mir. Und stopp. Und jetzt setz ihn vorsichtig ab. Runter. Ja, genau hier. Gute Arbeit, Heppo. Oh, wie aufregend. Hallo, ihr zwei. Habt ihr zufällig Leo gesehen? Ja, schon ziemlich oft. Er meint jetzt gerade, Buddel. Oh, nein. Ich auch nicht, Buggy. Okay, Leute. Wir können jetzt mit Weltraum-Roboter 3 anfangen. Sind alle bereit? Sehr schön. Also legen wir los. Und Action. Keine Sorge, D1-1D. Ich beschütze dich vor dem bösen Weltraum-Roboter. Oh, Leo. Leo, sei bloß vorsichtig. Psst, Bob, wir filmen gerade. Fürchte dich nicht, D1. Dein Held ist da. Was tut er nur? Er spielt den Helden. Ich finde es nicht sehr heldenhaft. Er sollte nicht da oben sein. Das ist gefährlich. Oh, Vorsicht. Meine Rakete. Hör mal, Leo. Diese Rakete ist nicht für Leute in deiner Größe gebaut. Sie ist nur für kleine Roboter gedacht. Wir holen dich da jetzt runter, aber du darfst dich nicht bewegen. Okay? Bob, ich bin doch im Film. Ich muss mich bewegen. Leo! D1-1D! Hast du dir wehgetan? Es geht mir gut, glaube ich. Ist wirklich alles in Ordnung bei dir? Mir geht es gut. Aber seht euch nur die Rakete an. Das ist das Ende von D1-1D. Hurra! Oh, äh, Entschuldigung. Und es ist auch das Ende meines Films. Oh nein, es tut mir so leid. Besser? Ja, mir geht's gut. Ich werde nur niemals Weltraum-Roboter 3 sehen. Und sonst auch niemand. Es sei denn, es gelingt uns D1-1D zu reparieren. Äh, wir bauen einen ganz neuen D1-1D. D1-2D. Ich befürchte, es dauert Monate, einen neuen Roboter zu bauen und nicht nur ein paar Stunden. Was ist, wenn wir D1-1D zusammenflicken, ihn auf Räder stellen und über Seile bewegen? Ja, aber die Zuschauer werden die Seile sehen. Und welcher tolle Weltraum-Roboter hängt schon an Seilen. Oh. Oh, arme Sophie. Jetzt wird sie niemals ihren Weltraumhelden treffen. Hey, wartet mal. Sophie kann D1-1D perfekt nachmachen. Ja, und außerdem hat sie dieselbe Größe. Denkst du das Gleiche wie ich, Leo? Ich denke schon, Bob. Wendy, kannst du die Rakete reparieren und alles wieder aufbauen, während Leo und ich uns um D1-1D kümmern? Zusammen schaffen wir das ganz bestimmt. In diesem Fall gibt es nur noch eins zu sagen. Action! Action! Jetzt geht's los! Und ... Action! Schnitt! Fantastisch! Was für eine tolle Szene! Okay, Leute! Da hinten gibt's nen Happen zu essen! Danke für deine Hilfe, Sophie! Sophie? Sophie, alles okay da drin? Oh, jetzt wo du ein Star bist, redest du nicht mehr mit mir, ha? Natürlich tue ich das, Leo! Komm her! Hier gibt's leckere Brote! Du weißt doch, Leo! Im Film ist einfach alles möglich! Ja geht's los! Dad,eschön! Dieses Video, ist ja nur ganz hier. Ein Moment, ich mich über den 210,000 Prozent. Wjaaah, tut es mir, tut es mir, tut es mir, tut es mir, tut es mir. Er ist mir, tut es 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 mir. Was, ich hab, das ist mir, tut es mir? Nein, du hast mir gesagt, wie du? Ich bin jetzt deinem Krim ist mir, oder? Naja, es ist mir, oder? Es ist mir, oder? Oh, das ist ja so, das ist ja so. Ja! 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 unfortunately it's 14hz all for retran to f Ensuite it's almost nada. I think I could also put the fire in an event, too, hiding more to face. But I also found it touching more unconditionally. Hi. So very cool! Huh? Dude! Was ist das? Die erste Folge ist das Thema Basis, eine Art und die Software suspended auf den Internet. Das ist... Ja, Junior! Eine Vorlage ist der lifted, sondern Du Sri Frisch. Die ganze Mal fühlst dich, dass du Arschloch untertitelst! Aber die Welt! Wenn ihr euch haben, ihr euch letztendlich ein paar Jahre gegründet sind, wenn ihr euch nicht mehr beliebt, nehmt ihr euch nicht mehr vertreiben. Faut da ein bisschen. Wie ist denn das für Bob? Oh, das ist das, Leo? Leo, ich möchte nicht mehr so ein Gidim. Komm mal an die Gidim, Leo. Komm mal an die Gidim. Komm mal an die Gidim. Oh nein, wir können nicht mehr so ein Gidim, aber wir können nicht mehr so ein Gidim. Denn wir können nicht mehr so ein Gidim. Na compound, auch erenden Sie uns nicht mehr so ein Gidim. Welches Mal an die Gidim. Das war's für heute. Spongebob! Du bist mein Lauf-Leo! Ja? Ja! Ruf-Leo! Ja! Ich grüße Lauf-Leo! Hä? Ruf-Leo! Ruf-Leo! Das ist das Schätze! Ich bin schon auf die Leute, dass wir uns nicht mehr haben. Ich konzentriere dich auf die... Au! Schönen Sie? Ja! Ich habe mich nicht mehr als Gold! Ich habe flotter Fried. Ich würde mich nicht mehr als Gold! Ich bin ja nicht mehr als Gold! Funktioniertel! Spannendelkade, sich zuvor! Bitte! Ich bin ja nicht mehr als Gold! Saya nicht mehr als Gold! Oh, wow! Warum? Ich bin ja nicht mehr als Gold! Jetzt bin ich alle auf... Ich hab wirklich etwas Geld gemacht! Ja, 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 ja. Hm. Hallo! Hallo, Pups! Das ist doch gleich bei euch! Hallo! Hallo! Das ist super! Jetzt checkt ihr mal raus! Endlich! Alles fest, Herr Schatz! Hm. Hm. Ehh. Das ist dein Einziger Reiner! Euer ein Barsch. Das ist nicht so schön! Ja! Na, auf die Schatz, Herr Schatz! Ich bin ein Barsch. Oh nein! Ich bin ein Barsch! Sie können nicht so schön! Oh! Oh! Ich bin ein Barsch! Ich bin ein Barsch! Frohn! Philippe! Philippe! Wulsch! Jetzt geben wir das so egal, dass wir dieà mit dem Strafz-Global-Best. Was soll die Sonntag, das wir abgeben? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das war's. 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 Das ist ja seltsam. Das möchte ich zu gern sehen. Das war's. Das war's. Was fehlt noch? Was fehlt noch? Was gibt es noch, Bob? Sag's uns. Direkt über der Festwiese schwebt ein riesengroßer, gruseliger Geist. Das gefällt mir. Das war's. 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 Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut. Schlag ein. Ah, Heppo. Da bist du ja. Uh. Wärst du so nett und würdest die Geisterfigur bei Charlie abholen? Und du willst wirklich, dass ich das mache? Ja, bitte. Buddel und Buggy haben schon genug zu tun. Außerdem ist dein Kran perfekt, um sie zu halten. Tja. Äh. Ja. Okay. Wenn ich versuche, mich nicht zu gruseln, kann ich das schaffen. Danke, Heppo. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Und denk dran, es gibt nichts, wovor du dich fürchten musst. Hm. Also, Leo, zuerst musst du die Holzbalken anmalen in oranger Leuchtfarbe. Die leuchtet im Dunkeln, stimmt's? Wow. Eine Ladung. Holzbalken. Und ganz viel orange Leuchtfarbe. Ah. Komm, Wendy, wir müssen das Heulabyrinth aufbauen. Wendy, versuchst du wie der Bob an Halloween einen Streich zu spielen? Das hat bisher noch nie geklappt. Aber dieses Jahr schaffe ich es. Oh. Also bei mir ist es ihr gelungen. Psst. Das muss der Geist sein. Ganz genau. Ah. Charlie, du hast mich erschreckt. Entschuldige, Heppo. Also, der Geist kann sich von ganz allein aufblasen. Zuerst ziehst du an der Schnur, dann füllt er sich mit Luft. Also stoß bloß nicht gegen die Kiste. Wieso? Was passiert dann? Durch ein Ruckeln kann sich die Schnur lösen. Und der Geist füllt sich mit Luft, wenn du es gar nicht willst. Was war das? Okay, Heppo. Du kannst das schaffen. Hab keine Angst. Heb einfach die Kiste hoch. Es geht los. Ich hab doch ganz schön Angst. Also jetzt schnell den Geist abliefern. Sofort. Heppo? Wo bist du? Ich hab die Kiste nicht verschlossen. Oh, super klebriger Schleim. Hm, nicht gut genug, um Bob einen Streich zu spielen. Ja, das hier ist perfekt für einen Streich. Damit wird er sich richtig erschrecken. Sag mal, wozu sind denn diese Öffnungen im Heu? Die Leute stecken ihre Hand ins Heu und finden dort entweder was Süßes oder was Saures. Du könntest es doch gleich mal ausprobieren. Irgendwas gefunden? Ja, ein Halloween-Keks. Für mich gibt es halt nur Süßes. Das verstehe ich nicht. Du solltest... Au! Oh nein. Nicht noch mehr Geräusche? Wer... Wer ist da? Okay. Niemand. Nur ich. Und der Geist. Ich hab keine Angst. Ich hab keine Angst. Hab ich doch. Hab ich doch. Hab ich doch. Hab ich doch. Wenn das nicht reicht, um Bob zu erschrecken, dann weiß ich auch nicht. Hey, Bob! Wieso versuchst du's nicht an dieser Stelle nochmal? Aha. Oh. Was hab ich denn hier gefunden? Ein Schokoladenapfel. Noch etwas Süßes. Wow. Ich versteh das nicht. Die Spinne sollte eigentlich... Dieser Eingang wird echt cool. Wow. 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 Bob. Wendy. Euer Geist ist hier. Ihr müsst euch nicht bedanken. Oh je. Oh je. Was ist das? Es sieht aus... Wie ein Geist. Wie ein Geist. Was ist denn hier los? Es ist der Geist. Es ist der Geist. Hä? Oh nein. Was hab ich getan? Der Geist kommt. Ihr müsst zurückfahren. Jetzt. Oh nein. Wie kriegen wir den nur wieder? Das ist alles meine Schuld. Ich hab eine Idee. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich bin der Geisterjäger. Hä? Das hast du toll gemacht, Heppo. Es tut mir sehr leid, Bob. Ich hätte den Geist nicht fallen lassen dürfen. Ich hatte nur solche Angst. Und jetzt warst du wirklich sehr mutig. Ich bin stolz auf dich, Heppo. Danke, Bob. Ich hab neue Seile dran gemacht. So fliegt uns der Geist nicht noch einmal davon. Und die Kiste stellen wir besser an einen sicheren Ort. Dann brauchst du das hier. Charlie? Es waren deine Schlüssel, die geklirrt haben. Und es war die Kiste, die geknarrt hat. Ich hab mir gruselige Dinge vorgestellt. Dabei gab's die in echt gar nicht. Ja, das stimmt, Heppo. Es gibt keinen Grund, sich an Halloween zu fürchten. Es geht um gruselige Dinge, die lustig sind. Ja, jetzt hab ich das verstanden. Klaro, danke, Bob. Oh, ich kann's gar nicht abwarten, bis das Fest anfängt. Dann lasst uns alles in Ordnung bringen. Okay. Die Gute. Das alles in Ordnung bringen. Tja, es ist alles fertig und Wendy hat es wieder nicht geschafft, mir einen Streich zu spielen Hey, was passiert hier? Ich stecke fest Ich dachte mir, der superklebrige Schleim ist vielleicht doch ganz praktisch Hey Leute, halt da, da ist dein Geist Wir haben dich reingelegt, Bob Allerdings Ich höre jetzt lieber auf, ich habe mir selbst Angst eingejagt Läuft alles nach Plan, Bob? Glaubst du, dass wir rechtzeitig fertig werden? Natürlich werden wir rechtzeitig fertig Ja, der neue Teil des Naturkundemuseums wird fertig sein, wenn Bürgermeisterin Baugroß heute Nachmittag hierher kommt Äh, Bob, warum nennt man es eigentlich Naturkundemuseum? Tja, Buddel, weil es eine Sammlung von Dingen ist, die du nur in der Natur findest Wie Tiere und Blumen Einige stammen aus früheren Zeiten Wie Dinosaurier Dinosaurier Dinosaurier, ich liebe Dinosaurier Ja, deshalb sind die Türen auch so hoch, damit wir das Dinosaurier-Skelett hineinbekommen Ein Dinosaurier-Skelett? Oh cool Herr Brauer hat alles genau abgemessen Das Skelett müsste ohne Probleme hier durchpassen Oh, ich kann's nicht erwarten Okay, Heppo, dann setzen wir jetzt die Türen ein Kommt und lernt uns alle kennen Als Team sind wir der Hit Wir haben immer viel zu tun Doch jeder hilft hier mit Jeder ruft jetzt laut, schlag ein Jeder klatscht im Takt Jeder ruft jetzt laut, schlag ein Jeder klatscht im Takt Die besten Freunde helfen gern Wir geben, was wir können Wir sind ein Team, 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 Team Jeder ruft ganz laut, schlag ein Die Türgriffe Wie bitte? Die Türgriffe Ich hab die Türgriffe in der Werkstatt vergessen Ich muss zurück und sie holen Kein Problem, du hast genug Zeit, wir sind fast fertig Du hast recht Buddel kann mich hinfahren, du machst hier weiter Und wenn du wieder da bist, Bob, sind wir mit allem fertig Sehr gut, ich bin bald zurück Ein echtes Dinosaurier-Skelett? Ich kann's nicht erwarten Es dauert nur eine Minute Türknäufe, Türklopfer, Türschilder, ah, Türgriffe Hä? Was ist da los? Oh, das mag ich nicht Da wird mir schwindelig Oskar, hör auf damit Ich weiß nicht, was du hier machst, Oskar Aber ich hab keine Zeit, dich nach Hause zu bringen Was willst du jetzt machen? Du kannst ihn nicht mit Kuschel hier lassen Dann muss er wohl mit uns zum Museum kommen Dort liefere ich die Türgriffe ab Und dann bringe ich ihn nach Hause Ähm, du hast da was übersehen So, jetzt ist alles fertig Was ist in der Tüte? Oh, das ist nur mein Wurstbrot Ich wollte bloß dabei sein, wenn der große Tyrannosaurus Rex hier ankommt Also esse ich mein Mittagessen einfach hier, während ihr das Skelett abladet Wenn ihr einen Dinosaurier sehen wollt, ist heute euer Glückstag Ich hab hier einen ziemlich großen Wow, der ist ja wirklich riesig Sehr beeindruckend Und hervorragend erhalten Also dann bringen wir ihn hinein Seid vorsichtig Das Skelett ist 65 Millionen Jahre alt Das ist aber wirklich ganz schön alt Schön, sachte Wartet noch einen Moment Ich möchte noch ein paar Fotos machen Fertig Das sieht nicht gut aus Der passt da doch niemals durch Was? Aber ich hab euch doch die genauen Maße gesagt Was habt ihr getan? Oh, sie haben Bob gesagt Die Türen müssen sechs Meter breit sein und drei Meter hoch Ja? Nein, ich, ich, ich wollte sagen Sechs Meter hoch und drei Meter breit Ach, du liebe Güte Oh, oh, das ist gar nicht gut Die Tür ist zu klein und der Dinosaurier ist zu groß Er wird da niemals durchpassen Aber das sollte er Die Bürgermeisterin kommt bald, um sicher zu gehen Dass alles für die Eröffnung morgen fertig ist Aber der Dinosaurier wird auf keinen Fall durch die Tür passen Wie wäre es seitlich? Ach, Buggy Äh, es gibt vielleicht eine Möglichkeit Wenn wir das Skelett auseinanderbauen Können wir die Knochen reintragen Und drinnen alles wieder zusammensetzen Ich glaube, das ist keine so gute Idee Wir sollten nichts tun, bevor Bob wieder zurück ist Aber es wird spät Und Bürgermeisterin Baugroß ist bald hier Ich finde die Idee wirklich gut, Heppo Na los, worauf wartet ihr? Bauen wir den Dino auseinander Das ist ganz schön knifflig Ich glaube, der muss da oben hin Oh je Nein, das passt nicht Vielleicht dieser hier Nein, nein, nein Das ist alles falsch So geht das nicht Dieser große hier passt bestimmt zum Bein Also gehört der hierhin Das passt auch nicht Wie wäre es mit dem Kleinknochen hier? Ähm, als Teil des Schwanzes Nein Oder vielleicht gehört er zum linken Fuß Nein Oh je Was ist das denn? Was ist passiert? Entschuldige, Bob Das ist alles meine Schuld Ich wollte doch nur helfen Nein, Heppo Eigentlich ist es vielmehr meine Schuld, Bob Ich habe die Höhe und die Breite des Tyrannosaurus verwechselt Wir konnten das Skelett nicht durch die Tür kriegen Also haben wir es zerlegt Und jetzt wissen wir nicht mehr, wie die Teile zusammengehören Ich bin sicher, wir können es schaffen Oder nicht? Oh je Es sieht wie ein Puzzle aus, nicht wahr? Wir bräuchten ein Foto, wie er aussah, bevor ihr ihn auseinandergebaut habt Wartet Aber natürlich Natürlich war es Wir haben ein Foto vom Dino Leo hat vorhin ein paar Handyfotos gemacht Das stimmt, du hast recht Oh Dahin gehört das Teil also Oh ja Fantastisch, fantastisch Wir dürfen keine Zeit verlieren Bringen wir alles in Ordnung, bevor die Bürgermeisterin hier ist So Wir sind fertig So ein Glück Jetzt bin ich beruhigt und kann endlich in Ruhe mein Wurstboot essen Ja Nein, warten Sie Was? Da fehlt noch ein Knochen Aber das kann nicht sein Das ist unmöglich Wo kann er nur sein? Oskar Und jetzt? Oskar Sei ein braver Hund Gib uns den Knochen Komm schon, Oskar Gutes Hundchen Gib uns jetzt den Knochen, bitte Ach du Meilegüte Die Bürgermeisterin ist jede Sekunde hier Wenn wir nur irgendwas hätten, was wir ihm anstatt des Knochens anbieten könnten Vielleicht hat er ja Lust auf ein Wurstbrot Aber das ist mein Mittagessen Ich glaube, ich höre schon den Wagen von der Bürgermeisterin Könnten wir nicht einfach Oh, tja, ähm Oh, in Ordnung Hier ist es Hier, Oskar Ein leckeres Wurstbrot Braver Hund Hallo, Bob Hallo, Team Hallo, Frau Bürgermeisterin Tja, wer hätte das gedacht Hochhausen hat sein eigenes Dinosaurierskelett Gab es Probleme, ihn herzuschaffen, Herr Brauer? Probleme? Oh nein, nein Ich habe alles überwacht Den ganzen Ablauf Sie wissen doch Ich erledige meine Aufgaben immer zu ihrer vollen Zufriedenheit Oh, oh, oh Nächste Hör auf, runter mit dir, Oskar Nein Herr Brauer, hören Sie auf, mit diesem Hund zu spielen Ich will den Dinosaurier sehen Ich wusste nicht, dass Herr Brauer Tiere so gern hat Ich muss runter mit dir Lass mich in Ruhe So, haben wir jetzt alles um Hochhausen weihnachtlich zu schmücken? Ja, alles andere ist schon da Dann lasst uns jetzt losfahren Ich will endlich bauen Ja, die Weihnachtszeit ist einfach toll Okay Na los, fahren wir Peppo? Wir fahren los Komm bald nach Gut Die Sterne sind befestigt Oh, wie ich Weihnachten liebe Alles ist so schön geschmückt Nur nicht bei Bob Da fällt mir doch ein tolles Weihnachtsgeschenk für Bob ein Oh, aber zuerst muss ich ihm noch beim Schmücken helfen Dann blitzschnell zurück und das Geschenk für Bob aussuchen Ich halte es kaum aus Hier kommen die Fliesen Die Geschenkpäckchen auch Und die Laserstrahlen jetzt auch Bob, ist der Untergrund für den Baum fertig? Jip, alles ist fertig Wir können anfangen zu verzieren Eigentlich fehlt hier nur noch der Tannenbaum Aber wo ist der Tannenbaum denn? Hier kommt der Baum Wow Die Bürgermeisterin schaltet heute Abend die Lichter am Baum an Also Was sagt ihr? Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen Als Team sind wir der Hit Wir haben immer viel zu tun Doch jeder hilft hiermit Jeder ruft jetzt laut Schlagt ein Jeder klatscht im Takt Die besten Freunde helfen gern Wir geben was wir können Wir sind ein Team Team Jeder ruft ganz laut Schlagt ein Der Baum ist ja riesig Der Boden sieht aus wie eine Eisfläche Das wird dieses Jahr unglaublich toll Hallo Heppo Gehört das Geschenk auch zum Weihnachtsschmuck? Nein Sophie Das ist für Bob Ich kann es kaum abwarten es ihm zu geben Ich wünsche euch allen fröhliche Weihnachten Fröhliche Weihnachten Hör zu Heppo Bob und Leo bereiten die Schneemaschinen vor Hilfst du mir die Lichterketten anzubringen? Aber gern Ähm Ich muss nur noch zuerst das Geschenk abladen Habt ihr das gehört? Es gibt Schneemaschinen Wahnsinn Ich glaub hier ist Bobs Geschenk sicher Weit weg von den anderen Sachen Am besten lassen wir die Geschenke hier Später legen wir sie hübsch um den Weihnachtsbaum herum Okay Buddy Wie kommst du voran Leo? Du hast gesagt ich soll den Schnee vorbereiten Aber ich kann keinen finden Kommt der in Säcken oder in Eispaketen? Oh nein Was ist wenn der schmilzt? Leo Dafür nehmen wir künstlichen Schnee Und den machen wir in diesen Maschinen hier Wow Zeigst du mir das Bob? Ähm Vielleicht wenn du die Kisten weggeräumt hast Die Lichterketten sehen bestimmt toll aus Wendy Warte Das wollen wir jetzt gleich mal testen Hey Wendy Ich probier jetzt mal den Kunstschnee aus Kannst du mir bei der Herstellung helfen? Ich bin hier soweit fertig Bob ist hier Und die Lichterketten leuchten schon Das ist der perfekte Moment Um ihm sein Weihnachtsgeschenk zu geben Was auf Heppo Du bringst ja alles durcheinander Aber ich bin auf der Suche nach meinem Heppo aus dem Weg Nein ich Oh Wo ist es? Oh Sowieso zu spät Bob ist weg Ich suche es später Komm jetzt Buddel Wir machen das fertig Macht ihr jetzt den Schnee? Noch nicht Erst muss die Flüssigkeit rein Dann können die Maschinen eingeschaltet werden Und dann ist der Schnee fertig? Noch nicht ganz Die Flüssigkeit wird aufgeschäumt Damit feine weiße Bläschen entstehen Die aneinander kleben Und das ist dann der Kunstschnee Alles erledigt Wollt ihr zwei runtergehen Und zusehen Wie es über dem Baum schneit? Juhu Ich glaub ich seh gleich Schnee Ich denk das heißt ja bei Leo Der Weihnachtsschmuck ist fast fertig Und ich hab Bob immer noch nicht sein Geschenk gegeben Jetzt testen wir die Schneemaschinen Wollt ihr dabei zusehen? Oh ja Das will ich Auf jeden Fall Ähm Ich komme gleich nach Oh Heppo Bitte Bring nicht wieder alles durcheinander Mach ich nicht Ich würde Bob so gerne sein Geschenk geben Sobald es schneit Aber wo ist es? Da Noch ein kleines Stückchen weiter Ups Zu weit Oh oh Bleib dran Bob Ich starte gleich die Schneemaschinen Okay Keine Panik Einfach zurückfahren Jetzt Langsam und sachte Geht nicht neuer Plan Einfach mal Ordentlich Ziehen Oh oh Noch mal Also gut Wendy Lass es schneien In drei Zwei Oh nein Bleibt alle da Bewegt euch nicht Was soll ich tun Fahre nach rechts Jetzt Das hatten wir uns ein bisschen anders vorgestellt Oder Der Weihnachtsbaum Alles ist kaputt Ach herrje Was für ein Chaos Wie ist das passiert Ich wollte dir nur dieses Weihnachtsgeschenk geben Aber ich habe mich dabei so ungeschickt angestellt Jetzt habe ich allen das Weihnachtsfest verpfuscht Das tut mir so leid Bob Dankeschön Heppo Mein eigener Weihnachtsstern Genauso einer wie an deiner Garage Ich hab's Wir können doch den Baum vielleicht mit Schneeflocken schmücken Das wäre doch wunderschön Und die Schneeflocken machen wir aus den kaputten Eisfliesen Und ich weiß auch schon wo wir den aufhängen Komm schnell Heppo Hochhausen bekommt einen Weihnachtsbaum den niemand so schnell vergessen wird Und ich weiß auch schon wo wir den aufhängen Als eure Bürgermeisterin freue ich mich sehr die Weihnachtsbeleuchtung einzuschalten An diesem wunderschönen Weihnachtsbaum In drei Zwei Eins Cool Fröhliche Weihnachten euch allen Fröhliche Weihnachten Das war's dann Alles ist fertig für die Weihnachtsfeiertage Äh Bob Dann hast du schon die Geschenke eingepackt Die Plätzchen gebacken und die Weihnachtskarten geschrieben Ähm Ach Bob So geht das Jedes Jahr Also was steht an Bob Tja Baggi Wir helfen heute Bürgermeisterin Baugroß bei ihrem Projekt Die Helden von Hochhausen Die Helden von Hochhausen Was ist das? Die Bürgermeisterin möchte, dass wir etwas bauen Mit dem man die Menschen feiern kann Die etwas Besonderes für unsere Stadt gemacht haben Wow Das sieht cool aus Ja, da hast du recht Jede Person, die ausgewählt wird Bekommt ihren eigenen goldenen Stern In dem ihr Gesicht abgebildet ist Toll Jedes Jahr soll ein neuer Held von Hochhausen ausgezeichnet werden Und alle Sterne werden genau hier aufgestellt Aber Wendy Auf dem Stern ist doch gar kein Bild Ja, weil die Bürgermeisterin noch keinen ausgewählt hat Oh, ich bin gespannt, wen sie auswählt Hm, ich frag mich, wen ich auswählen soll Ich bin auch ganz gespannt, Frau Bürgermeisterin Wessen Gesicht wird auf unserem allerersten goldenen Stern zu sehen sein Es gibt so viele fleißige Leute in Hochhausen, Herr Brauer Da haben Sie recht Ich bin auf der Suche nach jemandem mit Talent Oh ja Jemand, der ehrlich ist Jemand, der Ideen hat Jemand, der einen Schnurrbart hat Oh, ich weiß es einfach nicht Die Auswahl ist so schwer Ich befürchte, Frau Bürgermeisterin Dass Sie sehr schnell eine Wahl treffen müssen Charlie muss wissen, wessen Gesicht im ersten Stern erscheinen soll Damit er den Umriss rechtzeitig herstellen kann Hm, Charlie, ja Sagen Sie mich überlege noch Vielleicht sitzt die Antwort ja schon vor Ihnen Wir sind da, gnädige Frau Herr Brauer Oh, ich bin schon unterwegs Fleißig wie immer Herr Brauer Oh Okay Ihr drei reißt den alten Gehweg auf Danach bauen wir die erhöhten Blumenbeete Und verlegen die neuen sternförmigen Pflastersteine Das wird bestimmt toll aussehen Bob und ich kümmern uns um die Bühne Damit sie fertig ist, wenn Frau Baugroß den ersten Stern enthüllt Also dann, Team Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das Kommt und lernt uns alle kennen Das Team sind wir der It Wir haben immer viel zu tun Doch jeder hilft hier mit Jeder ruft jetzt laut Schlagt ein Jeder klatscht im Takt Die besten Freunde helfen gern Wir geben, was wir können Wir sind ein Team Team, Team, Team Jeder ruft ganz laut Schlagt ein Die Bürgermeisterin hat sich also noch nicht entschieden Ja, Charlie, ich fürchte, so ist es Sie muss sich beeilen, sagen Sie ihr das Sonst habe ich nicht genug Zeit, das Gesicht in den Stern einzusetzen Keine Sorge, es wird nicht mehr lange dauern Ich glaube, sie hat schon jemanden ins Auge gefasst Jemand Schlaues, der allen hilft und, wenn ich es mal so sagen darf, auch wirklich gut aussieht Oh ja, natürlich Sie meinen Tina die Tierärztin Sie ist wirklich eine Heldin von Hochhausen Wie sie den Papagei von meiner Tante gesund gepflegt hat Einfach toll Und, wie war das Eishockey-Training, Sportis? Super Anton ist neunmal hingefallen Es war nur achtmal, Tim Du kannst wohl nicht zählen Schneid euch bitte alle an Können wir losrollen? Ja, du kannst losrollen Okay, es gibt auch gleich Essen Und ihr wisst, ich komme nicht gern zu spät Also schnell weg von hier Oh, seht mal Da ist Bob, der Gärtner Was machen die da? Können wir kurz anhalten, Betty? Na schön, aber nur, weil es Bob ist Beeilt euch, ja? Das sieht ja toll aus Was ist das, Bob? Die Bürgermeisterin wird einen Helden von Hochhausen auswählen Und dessen Gesicht wird in den goldenen Stern eingesetzt, sodass jeder es sehen kann Und wer wird derjenige sein? Das wissen wir noch nicht, Tim Aber es wird jemand sein, der sehr viel für Hochhausen getan hat Ich weiß, wer es sein sollte Betty! Ich? Aber, aber Ich bin doch nur ein Bus Sophie hat recht Du bist immer für uns da Oh, aber natürlich Du sorgst immer für uns Nun ja, ich versuche es Du bist immer pünktlich Aber nicht heute, hm? Und deine Sitze sind so schön weich Hm, ich bin sehr plüschig Ja, Betty, du solltest wirklich einen goldenen Stern bekommen Eine Sekunde Betty ist ein Fahrzeug Wenn ein Fahrzeug der Held von Hochhausen werden kann, dann sollte ich es sein Du, Buggy? Ja, ich Ich kann baggern und zerbrechen und tragen und auch bohren Es ist ganz klar, wessen Gesicht der Stern zeigen soll Aber dein Gesicht ist zu groß, Buggy Es wird nicht passen Nein! Nicht mein echtes Gesicht Sie werden ein Bild von mir benutzen, Buddel Oh, jetzt hab ich's verstanden Ach, und Charlie sagt, er muss dringend wissen, wessen Gesicht der erste goldene Stern zeigen soll Ja, ja, das weiß ich doch, Herr Brauer Tina, hallo, was kann ich für dich tun? Frau Bürgermeisterin, Sie suchen doch gerade den Helden von Hochhausen und ich denke, ich weiß, wer es werden sollte Na, endlich Es kommt nur eine Person in Frage Das sag ich die ganze Zeit Jenny, die Tierpflegerin Was? Sie tut doch so viel für die Tiere Jenny, ja, sie wäre eine ausgezeichnete Wahl Ich schreibe sie auf meine Liste neben Fritti, den Koch, Sarah Zappel, Henry von Eck Oh, und dann gibt's ja auch noch Herrn Brauer Ich? Wirklich? Oh, das habe ich nicht erwartet Oh ja, er kennt sicher noch andere, die ich auf die Liste setzen kann Äh, oh Pelz, eins, zwei, eins, zwei Eins, zwei, eins, zwei Klasse, die Bürgermeisterin wird gleich hier sein, um zu sehen, ob alles fertig ist Die Bürgermeisterin kommt? Toll! Dann kann ich ihr zeigen, weshalb ich der erste Held von Hochhausen sein sollte Wir sind da, gnädige Frau Danke, Philipp Frau Bürgermeisterin, im Namen aller Sportis Hochhausen möchten wir Betty als erste Heldin von Hochhausen vorschlagen Äh, vielen Dank, Mila, danke an euch alle Ich setze Betty auf die Liste Hm, ich finde, es sollte mein Vater sein, er ist klasse Charlie, natürlich, danke, Leo Bob, möchtest du jemanden vorschlagen? Hallo, Frau Bürgermeisterin, sehen Sie mich an Sehen Sie, was ich alles kann Buggy, pass auf, wir haben die gerade erst gelegt Und wer denkt, das war gut, für den wird's jetzt sogar noch besser Buggy, nein, stopp Ach, du meine Güte, was ist passiert? Buggy, du hast ein Stromkabel durchgetrennt Oh, Bob, das wollte ich nicht Es tut mir so leid, Bürgermeisterin Baugroß Das ist ja furchtbar Was ist jetzt mit der Auszeichnung? Seien Sie unbesorgt Ich bin sicher, wir kriegen das rechtzeitig wieder hin Wendy? Sieht echt schlimm aus Wir brauchen bis morgen, um das zu reparieren Stimmt, hört zu, Leute Wenn wir wieder Licht und Ton haben wollen, müssen wir wohl den Notstrom einschalten Wendy, Leo, Buddel, ihr wechselt die Gehwegplatten aus Buggy und ich fahren zurück zur Werkstatt Also dann, Team, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das Oh, ich danke dir, Bob Frau Bürgermeisterin Hm? Hm? Test, eins, zwei, eins, zwei Darf ich bitten, Frau Bürgermeisterin? Meine Damen und Herren, liebe Mädchen und Jungs und Fahrzeuge Ich freue mich, den Namen unseres allerersten Helden von Hochhausen bekannt zu geben Es ist jemand, den ihr alle kennt und mögt Jemand, der uns allen immer hilft und der immer da ist, wenn man ihn braucht Und nun enthülle ich, wer auf dem allerersten Stern zu sehen ist Danke sehr Bob, der Baumeister Was für eine Überraschung Buggy hat dich vorgeschlagen, dieses Fahrzeug ist ein Genie Danke, Frau Bürgermeisterin Danke an alle von euch Gut gemacht, Bob Wer bekommt wohl nächstes Jahr den goldenen Stern? Nun, ich will mich da nicht selbst loben, aber ich habe auch eine Menge für Hochhausen getan Ich schlage wieder meinen Vater vor Aber was ist mit Jenny? Was, ich? Nein, du solltest ihn bekommen, Tina Nächstes Jahr sollte es unbedingt ein Fahrzeug sein Auf alle Fälle jemand plüschiges Jo, ho, ho Jo, ho, ho Ei, ei, Käpt'n Ei, ei, Käpt'n Morgen allerseits Ahoi, Landratte Ich meine Bob Alles in Ordnung, Herr Brauer? Das war nur ein kleines Stimmtraining für die Generalprobe Mein neues Meisterstück Ein Sack voller Piraten Wird heute Abend in Brauchheims Freilichtbühne erstmals aufgeführt Ihr kommt doch alle, oder? Na klar doch Wir kommen nicht nur zum Zuschauen Wir sind hier, um das alte Theater umzubauen Für euch furchterregende Piraten Bravo Oh, bevor ihr mit der Arbeit beginnt, Bob Macht doch ein paar Aufwärmübungen mit uns Na ja Lasst eure inneren Piraten raus Gebt mir ein ordentlich lautes Oh, arrr, verflixte Enterhaken Ähm Oh, arrr, verflixte Enterhaken Oh, arrr, verflixte Enterhaken Das war nicht schlecht für den Anfang Ich fand dich sehr beeindruckend, Bob Danke, Buddel Ich bin Baumeister, kein Schauspieler Ich brauch'n Schraubenzieher, kein Scheinwerfer So, lasst uns anfangen Ein Pirat, der macht das so, Bob Oh, arrr, verflixte Enterhaken Rauf auf den Fahnenmast Land, Ahoi Über die Planke, du hellen Hund Oh, danke, danke Nein, ihr seid zu freundlich Es sieht so aus, als hätte dein Betonmischer Talent Also los, Mixi Jetzt kommt nämlich dein großer Auftritt Stehe ich auf der Bühne, Bob? Nun, du nicht, aber dein Beton Jetzt geht's ans Mischen Toi, toi Mast und Schottbruch Hoffentlich passiert das nicht Das ist ein Seefahrerspruch, Buddel Das bedeutet viel Glück Oh Tschu, Tschu Zerbrech den Mast Mixi, wir brauchen den schnell trocknenden Zement In den grünen Säcken Damit der Beton rechtzeitig für die Proben trocken ist Das heißt, wir brauchen den langsam trocknenden In den roten Säcken heute nicht Okay, Bob Grün, nicht rot Verstanden Leo und ich werden die Bühne pflastern Und Wendy baut inzwischen den Kartenschalter Klar, Team? Ei, ei, Captain Kommt und lernt uns alle kennen Als Team sind wir der Hit Wir haben immer viel zu tun Doch jeder hilft hier mit Jeder ruft jetzt laut Schlag ein Jeder klatscht im Takt Die besten Freunde helden gern Wir geben, was wir können Wir sind ein Team Team, Team, Team Jeder ruft ganz laut Schlag ein Okay Also, der Beton ist jetzt trocken Herr Brauer, Sie können mit den Proben anfangen Oh, gut so Die Schauspieler auf die Bühne, bitte So, Wendy und ich bauen jetzt eine Zuschauerloge Ganz nah an der Bühne Da sitzt später die Bürgermeisterin Kannst du dich mit Leo darum kümmern, den Weg zu betonieren, Mixi? Aber klar doch, Bob Super Schnell trocknen der Zement auch hier, bitte Vertrau mir Ich lass dich nicht hängen Oh, was bin ich für ein Schussel Es ist eine Katastrophe Was ist passiert, Herr Brauer? Oh, ich hab das Allerwichtigste vergessen Meine Schatztruhe Ich muss nach Hause, um sie zu holen Sie brauchen unbedingt jemanden, der die Probe leitet, während Sie unterwegs sind Ich fürchte, da hast du recht Überlassen Sie das mir, Herr Brauer Du bist meine Retterin, Mixi Alle Schwerter und Kostüme sind in der roten Kiste, verstanden? Nicht in der grünen Darin sind die Sachen für das Ende Okay, Herr Brauer Rot, nicht grün, alles klar Wie sagt man so schön? Es ist nie zu spät, bevor die Sonne untergeht Wowie Ein Sack voller Piraten Unter der Leitung von Herrn Brauer und Mixi Jetzt komm ich ganz groß raus Wo willst du denn hin? Wir müssen doch den Weg hier pflastern Welche Zementmischung sollen wir nehmen? Oh, äh, grün, nicht rot Oder rot, nicht grün Ähm, den roten Ganz sicher? Ganz bestimmt, auf jeden Fall zu 100% den roten Okay Ein Herr mit viel Gold Oder ein grünes Meer Nein, das stimmt nicht Äh, Goldherr oder ich vergesse mich Oh, meine Schauspieler brauchen mich Fertig, Leo Äh, danke, Mixi Gern geschehen, ciao Äh, ciao Hallo Jetzt bitte nochmal alles von vorn Schön laut, man muss jedes Wort hören Alle auf ihre Plätze Und Action Land, Ahoi Ich erspähe etwas Lauter bitte Die Schatzbucht Land der Beute Wir greifen an bei Donnergroll Und laden das Schiff bis zum Rande voll Aaaaaah Etwas Piratenmäßiger bitte Aaaaaah Das ist es Hervorragend Halt Da kommt der Pirat, den wir alle fürchten Da kommt der Pirat, den wir alle fürchten Anton Ähm, Mixi Wo sind mein furchteinflößender Hut und mein Degen? Äh, in der grünen oder der roten? Äh Mixi Ich brauch noch Beton Ich komm gleich, Leo Dein Kostüm ist, äh, glaub ich, in der grünen Kiste, Anton Ist du sicher? Hundert Prozent Mixi Bin gleich wieder zurück, Piraten Wo war ich? Ach ja Hier kommt der Pirat, den wir alle fürchten Käpt'n Kraftkeks, der scheußliche Seeräuber Ich mag deinen furchterregenden Piratenhutkämpfen Hä, was ist da so lustig? Wer es wagt, sich mit mir anzulegen, macht gleich Bekanntschaft mit meinem scharfen Degen Nein, 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 das ist das falsche Kostüm Nimm das Und das Das ist eine Katastrophe Stopp, stopp Die Kostüme sind in der roten Kiste Das nächste Endhaken Upsi Seid ihr alle okay? Ja Uns ist nichts passiert Gut, aber ich denke mal, wir sollten die Proben jetzt lieber unterbrechen, bis Herr Brauer wieder zurück ist Wow, Mixi, du hast ganz schön was angerichtet Macht euch keine Sorgen, Leute, das bringe ich bis heute Abend in Ordnung, versprochen Hallo, da bin ich wieder Oh, ist es hier noch nass? Das wird gleich trocken sein, Herr Brauer Das ist schnell trocknender Zement Vorzüglich Das sieht gut aus, Bob Hä? Moment mal, das ist langsam trockenener Zement in den Säcken Oh oh Herr Brauer Bleiben Sie da stehen, gehen Sie nicht weiter Wie? Oh 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 Nein, nein, halt, halt Oh nein, nein Oh oh Könnte vielleicht jemand mein Po aus dieser Kiste befreien? Ich will ihn nicht ewig sitzen Das tut mir so leid, ich war von dem Stück so abgelenkt, dass ich für Leo den falschen Beton gemischt hab Ach, Mixi, der aus langsam trockenen Zement wird vor morgen nicht fest sein Und die Zuschauer auf ihre Plätze Es geht in knapp zwei Stunden los Wir müssen die Vorstellung ausfallen lassen Oh Tut mir leid, Leute, die Vorstellung ist zu Ende, bevor nur ein einziger Pirat über die Planke gegangen ist Das ist es Wir bauen einen Bretterpfad über den nassen Beton wie echte Planken Eine super Idee, Mixi Äh, danke, davon habe ich noch mehr Also Piraten, können wir das schaffen? Ei, ei, ketten! Alles fertig Seid ihr bereit für die Vorstellung? Tim, leider nicht Er hat so viel gelacht, dass er keine Stimme mehr hat Wir haben einen Piraten weniger Eine Katastrophe Das muss es aber nicht sein Bob kann doch für Tim einspringen Nur heute Abend Unmöglich Nicht, wenn ich dir vom Bühnenrand ein bisschen helfe Hm Oh, Arr, Piraten! Was glänzt da so? Ähm Na klar, der Schatz! Oh, jo, ho, ho! Ach ja Na klar, der Schatz! Jo, ho, ho! Jo, ho, ho! Ah Das Schwarz-Habel hat Sehr gut, Bob Du warst spektakulär Weißt du was? Warum spielst du nicht die Hauptrolle in meinem nächsten Meisterstück? Ein Dorf voller Wikinger Das ist ein Musical Was sagst du dazu? Yay, hey Nee Oh, Fritti hat immer so tolle Ideen Sein Spielcafé wird sicher ein großer Erfolg Das hoffe ich doch sehr, Wendy Aber nur dank eurer Hilfe Ich dachte, du kommst später, Fritti Oh, ich bin so aufgeregt Ich kann's gar nicht abwarten, bis es fertig ist Es wird doch alles bis zu meiner Party fertig, oder, Bob? Also, Team Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen Als Team sind wir der Hit Wir haben immer viel zu tun Doch jeder hilft dir mit Jeder ruft jetzt laut Schlagt ein Jeder klatscht im Takt Die besten Freunde helfen gern Wir geben, was wir können Wir sind ein Team 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 Jeder ruft jetzt laut Schlagt ein Es sieht einfach fantastisch aus Freut mich, dass es dir gefällt In welcher Farbe sollen wir denn den Diskoraum streichen? Tja, ich dachte entweder an Rot, Blau, Grün oder Gelb Hilft ihr das weiter? Nicht wirklich Wir könnten ein paar Farbproben an die Wände malen Dann fällt dir die Wahl leichter Fabelhaft! Ich such mir eine aus, wenn ich das Essen für die Party vorbeibringe Ach ja, das Essen Ich muss los und die Zutaten besorgen Gibt es auch Musik bei der Party morgen? Ja! Ich bring meine Lieblings-CD mit und dann wird getanzt! Meinst du das ernst, Fritti? Du brauchst doch einen DJ Was ist ein DJ, Wendy? Jemand, der die Musik auswählt Er sucht die Lieder aus, die gespielt werden und spielt sie in einer bestimmten Reihenfolge Und die richtig guten DJs mixen die Musik So wie Mixis gemixter Beton? Nein, das heißt, dass man zwei Lieder gleichzeitig spielt Ich zeig's euch Sing mal dein Lieblingslied, Fritti Oh, okay Oh, ich mach die besten Spaghetti Denn der Geschmack geht ab wie Konfetti Was sagst du dazu? Wow! Fritti, du kannst ja wirklich singen! Und hier ist eine Aufnahme von Wendy und meinem Papa Sie haben jetzt nämlich eine Band Und sie können richtig gut spielen! Danke, Fritti Und mein Handy hat eine App, die Frittis Gesang und die Musik zusammen abspielt Oh, ich mach die besten Spaghetti Oh, das ist wirklich klasse! Könntest du solche Musikmixer auch für meine Party machen, Leo? Oh, wow! Ja, das würde ich gern! Abgemacht! Fantastisch! Au! Dann bis später! DJ Leo! Gut gemacht, Leo! Ja, das ist echt toll! Aber wir müssen jetzt weitermachen Wendy, hilfst du mir drin mit der Küche? Kein Problem! Was soll ich tun, Bob? Du kannst Leo helfen! Geht klar, Bob! Ist alles in Ordnung, Leo? Na ja, die Party ist morgen Also hab ich nicht viel Zeit, um die Musikmixe für Fritti fertig zu kriegen Leo, wir sind doch fast fertig! Wieso machst du das denn nicht später? Aber ich hatte gerade eine tolle Idee, Buddel! Hör mal! Oh! Ähm, vielleicht doch nicht Ah, aber das hier Hast du den Eingang zur Spielecke schon fertig? Entschuldige, Bob! Ich war nicht ganz bei der Sache Okay, dann kümmere dich jetzt darum Und danach kannst du die Farbproben für Fritti machen, ja? Alles klar, Bob! Oh, und Buddel Wenn du hier fertig bist Könntest du dann bitte den Müll wegräumen? Okay, Bob, kein Problem! Oh! Eins, zwei, drei, vier Farben für Fritti zur Auswahl Das ist es! Ich werde nicht nur zwei Lieder mixen Sondern vier! Äh Also, wo hab ich mein Handy gelassen? Äh Ah, da ist es ja! Okay Bob, Wendy Mir ist da was Dummes passiert Oh! Oh, Leo Jetzt ist Fritti bestimmt sauer auf mich Wie ist denn das nur passiert? Ich hatte eine tolle Idee für einen Musikmix Und dann hab ich nicht aufgepasst und bin in die Farbe getreten Ich weiß, dass du aufgeregt bist wegen der Musik für die Party, Leo Aber erst ist die Arbeit hier dran Entschuldige, Bob Ich hätte einfach nicht so abgelenkt sein dürfen Ich verspreche dir, das wird nicht wieder passieren Schon gut Aber wir müssen die Fußabdrücke übermalen, bevor Fritti zurück ist Ich werde den Boden streichen Nein, Leo! Was ist das? Oh oh Äh Ich hab mir ein neues Muster für den Boden ausgedacht, Fritti Das sollen Fußabdrücke von einem Tänzer sein Aber wenn es dir nicht gefällt, kann ich sie auch wieder übermalen Nein, auf gar keinen Fall Ich finde sie wunderschön Du bist ein Genie, Leo Und ihr habt mir auch bei der Farbwahl für den Discoraum geholfen Und welche Farbe wird es? Alle Farben, eine blaue Wand, eine rote Wand, eine grüne und eine gelbe Wir können alles genauso machen, wie du es dir wünschst Und ich will noch mehr Fußabdrücke, überall Nein, nein, nein! Also, das war doch ein super Tag heute, Freunde. Und du hattest echt eine tolle Idee. Danke, Bob. Und ich werde von jetzt an immer eins nach dem anderen machen. Das hört sich sehr vernünftig an, mein Sohn. Bist du fertig für unsere Probe, Wendy? Ja, natürlich. Aber was unserer Band noch fehlt, ist ein Sänger. Tja, ich kann nicht singen, aber ich kann euch einen Tee kochen, während ihr probt. Klasse. Viel Glück mit deinen Musikmixen, Leo. Danke. Ich wette, du bist aufgeregt wegen morgen, Leo. Äh, ja. Du klingst aber gar nicht aufgeregt. Ich dachte, ich hätte hunderte von Ideen, Buddel. Doch jetzt, wo ich endlich Zeit habe, stelle ich fest, dass ich keine habe. Oh, Leo, ich liebe dieses Lied. Ich auch. Aber ich glaube, ich kriege nicht nochmal etwas hin, was so toll klingt. Oh. Wendy und dein Vater haben echt Talent. Ja, das haben sie. Sie sind wirklich, wirklich, wirklich gut. Oh, danke, Buddel. Du hast mich auf eine tolle Idee gebracht. Schlag ein. Au. Ups. Ich danke euch, dass ihr so fleißig wart und so tolle Ideen hattet. Immer wieder gerne, Fritti. Die Party wird bestimmt ein großer Erfolg, wenn deine Musikmixen so toll sind wie das neue Fußbodenmuster. Weißt du, Fritti, gestern habe ich gemerkt, dass es besser ist, eine Sache nach der anderen zu machen. Aber als wir hier fertig waren, hatte ich nicht genug Zeit, um die Musik zu planen. Und da hatte ich eine noch viel bessere Idee. Willst du unser Sänger sein, Fritti? Als Leo deinen Gesang mit unserer Musik gemixt hat, haben wir gemerkt, dass du perfekt dafür bist. Was hältst du davon? Lust auf deinen ersten Auftritt? Ey, ich wollte schon immer ein Rockstar sein. Du bist wirklich ein wahres Genie, Leo. Lass mich dich umarmen. Ich bin der beste Koch, darauf kannst du wetten. Sobald die Sonne aufgeht, bin ich in der Küche, um zu sehen, was geht. Mit Thunfisch, Sorbi und Schokoladenschaum. Ich koche das, was sich andere nicht trauen. Wie mein Wurst- und Marshmallow-Traum. Ich bin stolz auf dich, Leo. Es ist mutig, zuzugeben, wenn man etwas nicht kann, und dann um Hilfe zu bitten, anstatt jemanden hängen zu lassen. Danke, Bob. Ich glaube, ich bleibe lieber Handwerker und lasse das mit dem DJ sein. Weißt du, du musst einfach üben. Guck dir deinen Vater und Wendy an. Ich wette, du wärst ein super DJ, wenn du in deiner Freizeit üben würdest. Vielleicht. Ich würde ja gerne noch weiterreden, aber es gibt viel zu tun. Was denn? Es ist alles fertig und ich möchte die Party genesen. Hatte ich's nicht gesagt? Da Fritti jetzt in der Band singt, müssen wir das Essen servieren und den ganzen Abwasch erledigen. Also, abwaschen oder abtrocknen. Marzipan-Reis, Orangenerflauf oder Sushi ganz heiß. Ich mische alles um jeden Preis. Super Snowboard-Wetter, oder? Juhu! Tim, Kniebeugen nicht vergessen. Mila, lehn dich mit dem ganzen Körper in die Kurve. Okay. Hey, jetzt kommt der Sprung. Schön tief in die Knie gehen. Achtung. Fertig. Hopp! Wow, das macht Spaß. Ha, das habt ihr toll gemacht, Sportis. Was machen die da, Bob? Das nennt sich Snowboarden, Buggy. Sieht super aus. Ich würde auch gern Snowboarden. Woo-hoo-hoo-hoo-hoo! Hey, pass auf, Buggy! Ups, entschuldige, Leo. Wie soll ich denn beim Hochhausener Winterfest den ersten Preis gewinnen, wenn mein Schneemann keinen Kopf hat? Oh, ich liebe unser Winterfest. Es ist mein Lieblingsfest in Hochhausen. Ich verstehe das nicht. Warum feiern wir ein so großes Fest gerade im Winter? Ich fände ein sonniges Strandfest im Sommer viel besser. Ich habe immer Spaß am Strand. Schwimmen im Meer. Mit einem Wasserball spielen. Und Sandburgen bauen. Oh, verstehe. Hallo, Bob. War das eben nicht total abgefahren? Ja, total, ähm, abgefahren. Warte nur, bis du unsere Snowboardtricks heute Abend beim Fest siehst. Das wird der totale Wahnsinn. Ah, super. Hört sich echt nach Wahnsinn an. Oh, entschuldige, Bob. Hallo, Team Bob. Wollt ihr auch ein bisschen Snowboard fahren? Oh, ja. Dürfen wir, Bob? Bitte, 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 bitte. Also, eigentlich sind wir nicht zum Snowboarden hier. Wir wollten den Sessellift fertig bauen. Er fährt euch den ganzen Berg hoch. Dann müsst ihr nicht nach jeder Abfahrt die Piste wieder rauflaufen. Cool. Echt super. Wenn alles läuft wie geplant und ich sehe keinen Grund, weshalb nicht, sollte der Sessellift schon in ein paar Stunden fertig sein. Und ihr habt noch genug Zeit, um eure Tricks zu üben. Ah, super. Dank, Team Bob. Bis dahin müssen wir den Berg wohl hochlaufen, fürchte ich. Kommt mit, Kinder. Okay, Team. Wir werden jetzt die Bergstation bauen, wo die Leute aus dem Sessellift aussteigen. Dann bringen wir die Kabel für die Sessel an. Puh. Bevor wir uns erkälten. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen, als Team sind wir der Hit. Wir haben einen Mann viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt auf, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz auf, schlag ein. Gute Arbeit, Team. Machen wir eine Pause. Hi, Bob. Wow. Der Sessellift sieht ja schon fantastisch aus. Damit hast du dir eine Probestunde auf dem Snowboard verdient. Oh, weißt du, ich... Komm schon, Bob. Ähm, okay. Es kann ja nicht so schwer sein, oder? Na, wie sehe ich aus? Total abgefahren. Danke. Also dann, zuerst üben wir das Aufstehen. Nimm eine Hand. Alles gut, Sarah. Ich probiere es allein. Oh. 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 Au. Ähm, ich glaube, ich könnte doch Hilfe gebrauchen, Sarah. Danke. Auch mit dir. Puh. Puh. Jetzt fährst du erst mal ein paar Schlangenlinien. So wie Mila und Tim. Hallo, Bob. Tschüss, Bob. Sieht einfach aus. Uuuh. 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 Au. Oh, das war eher ein Schnörkel. Keine Schlangenlinie. Oh, das war vor allem eine ganz schöne Bruchlandung. Das Allerwichtigste ist, dass du dich konzentrierst. Haha. Uuhu. Bob? Ich glaube, ich weiß jetzt, wie es geht. Oh, oh. Uuuhu. Bob, ich kann da nicht hinsehen. Uuuh. Uuuh. Oh. Na, schmeckt der Schnee, Bob? Uuh. Alles okay? Uuh. Ja. Aber ich mag den Winter wirklich nicht. Wow. Bob ist einfach super Snowboard gefahren. Darf ich die Piste auch mal runterfahren? Ich hab leider nur Schneeketten für Heppo. Ohne die kannst du nicht auf der Piste fahren. Oder du wirst ins Rutschen und Schlittern geraten. Aber Buddel darf es doch auch und er hat keine Schneeketten. Aber seine Lauflächen geben ihm einen besonderen Halt. Tut mir leid, Buggy. Oh. Ich wäre sicher auch ein guter Snowboard-Fahrer. Okay, Heppo, heb den Querbalken zu mir hoch. Ich mach ihn am Stützturm fest. Schalte ihn ein, Leo. Wir sind soweit. Okay, Bob. Der Sessellüft ist fertig. Wahnsinn. Wollt ihr Snowboarder eine erste Fahrt wagen? Ja, bitte. Danke, Team Bob. Vielleicht könnte ich die Piste doch mal kurz ausprobieren, wo gerade niemand hinsieht. Wow, was für eine spitzenmäßige Aussicht. Ich kann sogar unser Haus sehen von hier. Hallo, Team Bob. Ho, 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 ho. Das macht Spaß. Seht alle her. Das ist total abgefahren. Das ist ziemlich, ziemlich gefährlich. Oh, Bagger im Anflug. Stopp, Buggy. Ich kann nicht stoppen. Kein Wunder, du hast ja auch keine Schnee, Captain. Achtung, alle aus dem Weg. Vorsicht. Oh. Alles okay bei euch? Uns geht es gut, Bob. Das ist super cool. Bleibt ganz ruhig. Ich werde jetzt die Notbremse ziehen. Aber Bob, die Notbremse ist ganz da unten bei der Talstation. Dann gibt es nur einen Weg. Los, Bob. Aber pass auf meinen Schneemann auf. Abgefahren. Alles fest, Leo. Du kannst wieder starten. Okay, Bob. Ja. 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 Es tut mir leid, dass ich eure Skipiste zerstört habe. Ich wollte einfach nur Spaß im Schnee haben, wie alle anderen. Vielleicht könnte ich es wieder gut machen, indem ich eine richtig große Sprungschanze baue. Ja, bitte. Das wäre total... Abgefahren. Ja. Das hört sich nach einem Plan an, Buggy. Wir kümmern uns um die Festbeleuchtung, während du die Schanze baust. Auf geht's. Hecht. Ja. Wie geht's. Ja. Hecht. marche. Ja. Das geht. Das Clem. Ja. Ja. Aha. Wow. Und als Ihre besonders coole Bürgermeisterin heiße ich alle Gäste herzlich willkommen zum diesjährigen Hochhausener Winterfest. Ja! Ich freue mich! Ja! Sieh mal, Bob. Ich hab den ersten Preis gewonnen im Schneemann-Wettbewerb. Darf ich vorstellen? Schnee, Bob. Er sieht dir richtig ähnlich, oder? Als würde ich in den Spiegel gucken. Hey! Super Snowboardfahrt. Du bist gesprungen wie ein Profi. Danke, Sarah. Vielleicht ist der Winter doch nicht so schlecht, wie ich dachte. Buh! Trotzdem freue ich mich auf den Sommer. Klasse! Dann kann ich dir zeigen, wie man Wasserski fährt. Oh ja, das klingt echt abgefahren. Bis jetzt habt ihr das ganz toll gemacht, Bob. Die Bürgermeisterin möchte sich das heute Abend schon mal anschauen. Graventhal eröffnet nächste Woche seine Dinosaurier-Ausstellung. Da möchte sie sicher gehen, dass wir früher fertig sind. Wir werden rechtzeitig fertig, Herr Brauer. Sehr schön. Ah! Ich weiß noch, wie wir diesen Weg gebaut haben. Der geht runter bis zu den Klippen. Der war doch fertig, oder? Noch nicht ganz, Buggy. Die Bürgermeisterin möchte nämlich gern, dass ihr Bauheims neuer Dinopark entsteht. Mit lebensgroßen Modellen von Dinosauriern. Ein Dinopark? Wir bekommen riesige Dino-Modelle, die aussehen, als wären sie lebendig. Äh, wie viele Dinosaurier werden das sein? Fünf. Ein Ankylosaurus. Ein Iguanodon. Ein Stegosaurier. Oh! Und ein Pterodaktylus. Oh! Das sind nur vier Dinosaurier, Bob. Und dann ist hier noch ein besonderes Triceratops-Modell, das sich bewegen und brüllen kann. Oh! Das ist der fünfte. So viele Dinosaurier kommen zu uns? Das sind doch nur Dino-Modelle. Keine Angst, Buddel. Hoffe ich nicht. Wir brauchen Tore, Schilder und Markierungen für die Dinosaurier-Modelle entlang der Strecke. Also, auf geht's, Team! Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun. Doch jeder hilft hier mit. Jeder ruft jetzt laut. Schlag ein. Jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern. Wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut. Schlag ein. Oh! Was war das? Ein Dinosaurier? Oh nein. Ein Dinosaurier ist hinter mir her. Oh! Oh! Buddel, denkst du etwa, ich bin ein dicker, gelber Dinosaurier? Kein Grund, Gespenster zu sehen. Ich mag keine Dinosaurier. Tja, als ich noch ein kleiner Junge war, hatte ich vor denen auch ein bisschen Angst. Du hast Angst gehabt, Leo? Weißt du, wie ich dir Angst verloren hab? Wie? Ich hab einfach so gebrüllt wie ein Dinosaurier. So laut wie ich konnte. Ungefähr so. Probier's mal, Buddel. Okay. Wie war das? Das klang wild. Fühlst du dich jetzt besser? Ein bisschen. Danke, Leo. Wir brauchen noch mehr Holzspäne für den Weg hier. Könntet ihr beide welche holen? Natürlich, Bob. Wenn du heute auf einen Dinosaurier wartest, hast du Glück. Wow! Welcher Dinosaurier ist das, Bob? Das ist ein... Iguanodon. Und da kommen noch einige hinterher. Das ist unser Star des Dino-Parks. Der Triceratops möchte sich vorstellen. Klasse. Danke, Schleppo. Okay, Heppo. Stell ihn dort zu den Büschen. Sehr gut. Jetzt probieren wir ihn aus. Der Triceratops muss hier stehen, damit wir ihn ans Stromkabel anschließen können. Ist das der, der sich bewegt, Bob? Können wir das sehen? Da bewegt sich nichts. Das Modell hat vorn eingebaute Sensoren, die nur dann reagieren, wenn jemand nah rankommt. Versuch es, Buggy. Oh! Klasse. Ich lasse euch jetzt allein. Dann könnt ihr die anderen Dinos aufstellen, während ich das Eingangstor anmale, okay? Klar doch. Machen wir. Gut. Der Triceratops sieht ganz schön gefährlich aus mit seinen Hörnern. Hm, hm. Das wäre mal eine nette Überraschung für Leo. Und was genau wollen wir machen? Er rechnet bestimmt nicht damit, dass ein beweglicher Dinosaurier auf dem Weg steht. Oh, ein Dinosaurier. Buddel, vergiss nicht. Die sind nicht echt. Hoffentlich ist das wirklich so, Leo. Leo, sieh mal, was wir gefunden haben. Hm. Da ist ja Buggy. Huhu. Was habt ihr gefunden? Ah! Der Dinosaurier lebt auch. Ah! Geh in Deckung, Bob. Weg mit dir! Nein, stopp! Weg! Weg mit dir! Weg! Oh, Buddel. Was hast du getan? Tut mir leid, Bob. Ich hab vergessen, dass es nur ein Modell ist. Es sah so echt aus und hat so gefährlich gebrüllt. Warum stand denn der Triceratops mitten auf dem Weg? Entschuldige, Bob. Wir wollten Buddel nicht erschrecken. Das war nur eine Überraschung für Leo. Er hatte auch mal Angst vor Dinosauriern. Aber das ist schon ein paar Jährchen her, Heppo. Wir haben das beste Modell des Dinoparks verloren. Hä? Uns bleibt nicht mehr viel Zeit, bis die Bürgermeisterin kommt. Bob, sieh mal! Fahr nicht zu dicht an den Abgrund, Buggy. Der Triceratops liegt auf einem Felsen. Und er ist noch ganz. Hm. Wenn wir an ihn rankommen, könnten wir den Park doch noch rechtzeitig fertig kriegen. Aber wie bloß? Das ist ganz schön tief. Ich muss mich die Klippe runter abseilen. Das ist mutig. Okay, Buggy. Du bist mein Anker. Du musst ganz still stehen und die Bremsen anziehen. Verstanden, Bob. Heppo, du lässt den Haken runter, wenn ich es sage. Ja, Bob. Ja. Okay, Heppo, lass den Haken runter. Haken, komm. Zieh uns jetzt raus. Juhu! Bob ist ein Dinosaurier-Cowboy. Juhu! Wir haben's geschafft. Noch nicht ganz, Heppo. Wir müssen uns mächtig beeilen, um den Park fertig zu kriegen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Dinosaurier-Cowboy. Juhu-juhu! Juhu! Und hier. Frau Bürgermeisterin, wir sind fast fertig für Ihren Besuch im Dinopark. Sehr schön, Bob. Es freut mich, endlich alles sehen zu können. Und mich erst. Diese Bieste aus der Kreidezeit fand ich schon als Kind sehr interessant. Ach, wie aufregend. Besonders unser Topstar Triceratops interessiert mich. Die Raventhal-Modelle bewegen sich ja nicht, wie du weißt. Oh, Sekunde. Ich habe leider was vergessen. Gedulden Sie sich noch zwei Minuten. Okay, Kumpels. Wir sind fertig. Noch nicht ganz. Hä? Hä? Wieso macht er denn keine Geräusche? Durch den Sturz kann er nicht mehr brüllen. Und die Bürgermeisterin ist hier. Wir haben keine Zeit zum Reparieren. Wartet! Ich kenne hier jemanden, der echt gut brüllen kann. Und wer ist das? Äh, Verzeihung, dass ich Sie warten ließ. Kein Problem, Bob. Ich bin froh, dass der Park rechtzeitig fertig wurde. Oh, das ist ja großartig. Fantastisch. Oh, äh. Hm, ich war der Meinung, der macht Geräusche. Oh. Ja, gut. Ich glaube aber kaum, dass ein Triceratops so geklungen hat. Ehrlich. Das heißt Triceratops und das klang sehr echt. Ich tue gern so, als wäre ich ein Dinosaurier. Hm. Wo sind Buggy und Heppo hin? Hattet ihr Angst? Ähm, vielleicht ein kleines bisschen. Ich nicht. Ich hab, äh, Heppo geholfen. Okay, ich geb's zu. Puddel macht echt die gruseligsten Dinosauriergeräusche. Hab ich recht, Bob? 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 Ja, er ist nicht schlecht. Hehe, ganz und gar nicht schlecht. Ähm, echt nicht schlecht. Es tut mir leid, dass ich zu spät bin. Hab ich was verpasst? Bob erklärt grad, wie weit wir schon mit der neuen Zugstrecke sind. Lass mich das machen, Bob. Ich hab nämlich alles aufgeschrieben. Ja, hier hab ich's. Notizen zur Zugstrecke. Oh, äh, Entschuldigung, das sind meine Schulnotizen. Oh, genau, hier ist es. Nein, das ist mein Weihnachtswunschzettel. Ah, jetzt hab ich sie. Äh, nein, äh, äh, besser du übernimmst das doch, Bob. Okay, Team. Schauen wir uns an, was wir bisher gebaut haben. Wie ihr hier seht, ist der neue Hauptbahnhof ja bereits fertig. Außerdem haben wir die Strecken zur Hochhausstation und zur Haltestelle in der Stadt fertig gebaut. Seht ihr? Von da aus geht die Strecke über den Fluss und endet hier. Jetzt kommt also nur noch die Stadionhaltestelle. Müssen wir sonst noch irgendwas wissen? Ja, der erste Zug fährt heute Nachmittag um 5 Uhr los. Und viele Fahrgäste haben schon Fahrkarten. Ich hab auch eine. Also, packen wir's an. Ja! Ach, wie aufregend. Der erste Zug fährt um 5 Uhr. Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun. Doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft ganz laut. Schlag ein. Jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern. Wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut. Schlag ein. Also, was genau müssen wir jetzt tun? Warte, eine Sekunde. Das hab ich alles notiert. Irgendwo. Ah, ja. Ja, hier ist es. Bob will, dass wir hier die letzten Arbeiten erledigen. Und welche Arbeiten genau? Ach so, klar. Ja, Sicherheitslinien malen, Bahnsteigfliesen und das Dach fehlt noch. Also, ihr zwei, ihr solltet... Äh... Beton mischen, damit wir den Bahnsteig pflastern können. Die Fliesen zum Bahnsteig bringen? Ja. Und ja. Nata. Los geht's! Äh, Leo? Wann genau soll ich das Dach runterlassen? Ah, okay. Dann warte ich eben. Leo wird mir schon sagen, wenn er soweit ist. Also, Leo. Ich schau jetzt mal nach dem Zug. Die Testfahrt läuft ab 3 Uhr. Der Weg hierher dauert 5 Minuten. Das heißt, ich bin um 5 nach 3 wieder hier. Wie, was hast du gesagt? Du lässt mich ganz alleine hier? Das schaffst du. Kümmer dich einfach um eine Aufgabe nach der anderen. Was ist das denn? Oh nein. Ich hab Mixi nicht gesagt, wo der Beton hin muss. Alles erledigt. Und Heppo hat so viele Fliesen hergebracht. Ah, Bob. Ich hab den Zug getestet. Alle Magnete funktionieren. Magnete? Ja, Buggy. Das hier ist eine Magnetschwebebahn. Und die fährt mit Magneten. Die Magnete vorne ziehen den Zug. Und die hinteren schieben ihn vorwärts. Ist das nicht beeindruckend, Buggy? Buggy? Aha. Einfach toll. Jetzt muss doch mal das Dach dran kommen. Ich warte hier schon ewig. Was machst du denn jetzt da? Den Beton wegschaffen, damit er nicht mehr auf die Schienen tropft. Leo, hier ist Wincy. Kann ich das Dach jetzt runterlassen? Leo hier. Hallo da oben. Soll ich die kaputten Fliesen wegräumen? Ja, bitte. Das wär super. Leo hat ja gesagt. Endlich geht's mit dem Dach los. Aufgepasst! Leo, ich hab gedacht, du machst erst den Beton weg. Ja, du hast recht. Oh, warte mal. Ich hab Wincy nicht Bescheid gesagt wegen des Dachs. Hallo Wincy, hier spricht Leo. Also, wo soll ich denn die kaputten Fliesen ablegen? Einfach nach unten. Irgendwo dort links. Okay, Mixi. Jetzt kümmern wir uns um den Beton. Unten und irgendwo links? Wenn Leo das so will, kein Problem. Nein, Wincy. Sie ist wieder hoch. Sie ist hoch. Er hat wohl seine Meinung geändert. Es steckt fest. Jetzt kommt volle Krankraft. Oh, oh. Das ist nicht gut. Oh. Wendy, der Lokführer ist da. Ich helfe ihm jetzt bei der Testfahrt. Okay, ich komme hoch und überprüfe die Signale. Oh. Ihr macht jetzt wirklich eine Testfahrt mit dem Zug? Ja, wir fahren jetzt durch ganz Hochhausen. Wow. Und wie schnell wollt ihr fahren? So schnell wie das schnellste Landtier dieser Welt. Der Gepard. Oh. Ich will auch so schnell fahren wie ein Gepard. Wow. 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 Oh, Buggy. Wow. Vielleicht bleibst du besser ein Bagger. Ich muss die Schienen reparieren. Aber zuerst muss der Beton weg. Äh, Leo, sieh mal auf die Uhr. Oh nein. Es ist drei Uhr. Bob ist schon auf der Teststrecke. Und sie fahren zu dieser Haltestelle. Aber der Zug kann doch nicht hier rüberfahren. Das Gleis muss glatt sein. Die Signale funktionieren wunderbar. Der Zug ist auch bereit. Dann können wir die Testfahrt starten. Viel Glück. Leo, was machst du denn da? Ich versuche rauszufinden, was man in so einem Notfall macht. Und wann kommt der Zug hier an? Jetzt. Dann tu endlich was. Schnell. Ich kann nicht. In meinem Kopf geht alles kreuz und quer. Komm schon, Leo. Konzentrier dich. Okay. Zuerst muss ich den Zug stoppen. Aber wie? Magnetbahn 1. Hier ist Leo. Die Strecke ist kaputt. Sofort bremsen. Sofort bremsen. Warnung verstanden. Klar und deutlich. Wir werden jetzt bremsen. Ja! Es tut mir echt leid. Ich habe alle in Gefahr gebracht. Warum habe ich nicht einfach eins nach dem anderen gemacht? Am Ende hast du es hingekriegt. Und hast den Zug gerettet. Aber was wird jetzt aus dem Bahnhof und der Strecke? Wir haben doch noch etwas Zeit, bevor der Zug seine erste Fahrt macht. Also, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Jo, wir schaffen das! Jo, wir schaffen das! Einsteigen, bitte! Haltet bitte eure Fahrkarten für den Lokführer bereit. Oh. Oh, wow! Seht mal, er fährt los! Einfach klasse! Bob, wieso bist du nicht im Zug? Meine Fahrkarte ist weg. Oh, wow! Hallo, Rollo! Charlie hat jetzt Zeit, um dein Licht zu reparieren. Gut, Wendy. Das Flackern ist wirklich anstrengend. Dann bis später. Oh! Rollo, pass doch auf! Nein! Falsche Richtung! Eine Betty und vier Sportis besuchen eure Werkstatt. Hallo, Wendy! Hallo! Glückwunsch, Sophie, für deinen tollen Sieg beim Statuenwettbewerb. Kommt rein, das Team wartet schon auf euch. Heute kommt eine ganz besondere Aufgabe auf uns zu. Hier ist sie, die Künstlerin, die diesen super Elefanten gemalt hat. Oh, genial, Sophie! Ja, super! Dankeschön! Ich wollte, dass der Elefant aussieht wie Herr Rüssel, weil er mein Lieblingsstofftier ist. Aber letzte Woche habe ich mit ihm im Park gespielt und ihn leider verloren. Oh nein! Armer Herr Rüssel! Ach, das ist wirklich Pech, Sophie. Hoffen wir mal, dass du Herrn Rüssel schnell wiederfindest. Und so lange erinnert dich deine Statue an ihn, stimmt's? Genau, Wendy. Sieh mal, Sophie. Deine Elefantenstatue wird ein Springbrunnen. Er wird direkt neben dem Einkaufszentrum stehen. Alle, die rein oder raus gehen, werden ihn sehen. Und er ist über drei Meter hoch. Das ist größer als ihr zwei zusammen. Wow! Dankeschön! Also, Team, dann fangen wir gleich an. Buddel, dich brauche ich für den Transport des Elefanten. Wenn er fertig ist, geht's zum Einkaufszentrum. Oh, nichts mache ich lieber. Danke, Bob. Wir müssen schnell arbeiten, Freunde. Das Hochhausener Fernsehen kommt und interviewt Sophie vor der Statue um 5 Uhr. Könnt ihr das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen, als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helden gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Alles trocken. Jetzt bauen wir die Mauer. Miss schon mal den Mörtel, Mixi. Schon dabei, Bob. Bist du sicher, dass ich diese Steine zurück zur Werkstatt fahren soll, Leo? Ja, Buggy. Die Baustelle muss sauber und aufgeräumt sein. Okay. Mache ich meine Sache gut? Ich treffe heute Abend meinen Lehrer und muss ihm von allen Arbeiten berichten, bei denen ich dir helfe. Du machst das sehr gut, Leo. Aber ich muss jetzt die Mauer bauen. Mit den Ziegelsteinen. Buggy, komm zurück! Buggy! Sophie, dein Elefant sieht echt super aus. Okay, Heppo. Lass ihn ganz vorsichtig runter. Klaro. Erledigt, Wendy. Danke, Heppo. So, kannst du jetzt die drei Bodenplatten holen, auf denen die Statue stehen wird? Die sind in einer Kiste vorn um die Ecke. Ich komme gleich zu dir. Alles klar, Wendy. Dann bis bald, Sportis. Dann bis bald. Ihr müsst jetzt auch los. Ich bringe euch noch zu Betty. Pass gut auf meinen Elefanten auf, Burdel. Der ist super süß. Bis gleich, Wendy. Oh, das war knapp. Ich muss wirklich vorsichtig sein. Oh, da ist Betty. Betty, willst du Sophie's Elefanten sehen? Oh, nein. Der Elefant ist kaputt gegangen. Das muss ich Sophie sagen. Äh, Betty, ist Sophie da? Ja, sie ist da drin. Sie redet nur noch von ihrem wunderbaren Elefanten und wie froh und dankbar sie ist, dass du so gut auf ihn aufpasst. Oh, nein. Wie schrecklich. Ich kann's dir nicht sagen. Also, jetzt zeig mir schon endlich den Elefanten. Oh, ähm, nein. Tut mir leid. Geht nicht. Ich, ähm, muss los. Hm. Oh, je. Hm? Wir holen noch Sophies Eltern ab und fahren dann alle zum Einkaufszentrum. Ja, dann seh ich meinen Elefanten. Oh. Ich muss Bob unbedingt sagen, was passiert ist. Und fertig. Hallo. Wie weit seid ihr mit der Mauer? Fertig. Jetzt kommt der Test. Oh, lass mich das machen, Bob. Dann kann ich meinem Lehrer erzählen, wie man fertige Arbeiten prüft. Okay, fang an mit einem... Ah, leichten Schubs. Oh. Oder ich sag ihm, Bob, der Elefant hat leider einen kleinen Unfall gehabt. Herr Rüssel, sind Sie das? Sie sind es. Hallo, Herr Rüssel. Ich bin Budden. Ich... Oh, nein. Das hört sich wieder nach Betty an. Betty, kannst du beim Supermarkt kurz anhalten? Ich brauche Batterien für meine Kamera. Papa, ich will jetzt schnell zu meinem Elefanten. Aber Sophie, ich habe die Kamera extra für heute gekauft. Ich will viele schöne Bilder machen von dir und deinem Elefanten. Oh, je. Er kann doch keine Bilder von einem kaputten Elefanten machen. Oh, ah. Oh, nein. Vielleicht ist es besser, wenn keiner sieht, was ich angerichtet habe. Okay, du kannst loslegen, Leo. Hier lang, Heppo. Und... Halt. Okay. Jetzt lass los. Sehr gut, Leo. Das war perfekt. Hört ihr? Ich bin perfekt. Heute Abend zeige ich meinem Lehrer, wer hier der beste Lehrling ist. Und wer hat alles gehoben? Juhu! Ich meine ja nur... Der beste Lehrling. Jetzt fehlt uns nur noch der Elefant. Wo steckt Buddel nur? Danke, Charlie. Meine neuen Scheinwerfer sind super. Jetzt flackert gar nichts mehr. Hier sieht niemand den Elefanten. Alle sind im Einkaufszentrum. Hallo, Buddel. Hallo. Wow, cooler Elefant. Sag mal, hast du schon bemerkt, dass der Lack verkratzt ist? Das war ein Missgeschick. Ich wollte es Bob sagen, aber dann habe ich gedacht... Buddel, hier ist Bob. Bitte bring den Elefanten zum Einkaufszentrum. Ende. Oh, was soll ich bloß tun? Keine Panik, Buddel. Da ist doch nur etwas Farbe ab. Zeig es Bob. Er wird es verstehen. Es war ein Unfall. Was ist los, Buddel? Wo bleibst du? Aber ich fühle mich schlecht, ihm das zu sagen. Was? Schlechter als jetzt? Oh, nein, du hast recht. Danke, Rollo. Buddel hier, Bob. Ich bin unterwegs. Wir sind gleich da. Betty, Sophie darf den Elefanten auf keinen Fall so sehen. Ich muss unbedingt vor ihnen da sein. Bob kriegt das schnell wieder hin. Ist das Buddel? Ja, und er ist echt schnell unterwegs. Alle aus dem Weg. Jetzt! Fahr langsamer, Buddel. Sofort! Ich kann nicht bremsen! Pass auf! Oh, je. Nanu? Oh, nein! Seht euch meinen Elefanten an! Es ist fast 5 Uhr. Die Leute vom Fernsehen kommen gleich. Oh, ich hätte lieber gleich Bescheid sagen sollen. Dann hätten wir den Elefanten neu lackieren können. Oh, ich habe alles viel schlimmer gemacht. Komm, Sophie, nicht traurig sein. Den kriegen wir wieder repariert. Packen wir es an! Bob, ich glaube, ich habe Herrn Rüssel im Park gefunden. Aber ich habe ihn dort gelassen. Dann hol ihn doch einfach, sobald wir fertig sind. Sophie wird sich ganz bestimmt freuen, wenn sie ihn wieder sieht, hm? Und auf geht's! Bis zum nächsten Mal. Ich stehe hier vor dem neuen Einkaufszentrum. Und nicht vergessen, lächeln. Sophie? Sieh mal, wen ich gefunden habe. Herr Rüssel! Danke, Buddel! Es tut mir leid, dass ich deinen Elefanten kaputt gemacht habe. Ist schon gut. Du hast es ja nicht mit Absicht gemacht. Ich bin richtig stolz auf mein Team. Buddel lernt aus seinen Fehlern. Leo trifft seinen Lehrer und hat auch viel gelernt. Oh nein! Mein Lehrer! Den habe ich glatt vergessen. Jetzt komme ich zu spät! Das Rennen startet hier bei der Seebrücke und endet drüben beim Parkplatz. Wir bauen an der Strandmauer entlang die Plätze für die Zuschauer. Juhu! Cool! Ich liebe den Strand! Ich auch! Juhu! Und der Turm für die Berichterstattung und die Siegertribüne kommt dort drüben hin. Dann haben wir alles. Gibt's noch Fragen? Ja! Was wird genau gebaut? Das wird eine Motocross-Rennstrecke. Für ein Motorradrennen mit extra vielen Hindernissen, die wir hier am Strand aus Sand bauen werden. Oh wow! Da würde ich gern mitfahren! Ich auch! Ich wette, ich bin der Schnellste! Tut mir leid, Freunde. Das ist nur für Motorräder. Oh! Ihr dürft aber gern zuschauen. Eigentlich hätte ich auch Lust, bei dem Rennen mitzumachen. Oh, du kannst gern mitfahren. Vielleicht mache ich das. Aber zuerst müssen wir jetzt die Strecke bauen, sonst gibt es kein Rennen. Also Team, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen, als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft hier mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben was wir können. Wir sind ein Team, 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 jeder ruft ganz laut, schlag ein. Gut gemacht, Team. Ich würde da so gern mitfahren. Ich auch. Und darum werde ich's einfach machen. Joho! Toll, Bob! Mein Vater macht dir sicher dein altes Motorrad fertig. Das ist nicht alt, das ist super cool. Und ihr könnt mich anfeuern, das macht doch auch Spaß. Auf jeden Fall! Machen wir, Bob! Du bist doch auch dabei, Wendy? Das werde ich bestimmt nicht verpassen, Bob. Es ist toll in Schuss, du hast es gut gepflegt, Bob. Na klar. Du fährst also bei dem Rennen morgen mit? Ja, das stimmt. Ich glaube nicht, dass ich gewinnen werde, aber es macht sicher Spaß. Solange mein Motorrad die Runden schafft, bin ich zufrieden. Das Ding musste eh gerade ab. Ich freue mich auf das Rennen morgen. Ein geheimnisvoller Teilnehmer nennt sich der maskierte Superfahrer. Oh, wirklich? Ich frag mich, wer das ist. Oh, hallo, Bob. Wie steht's mit deinem Motorrad? Sehr gut. Ich freue mich schon riesig auf das Rennen und auf den maskierten Superfahrer. Der maskierte Superfahrer? Ist das ein Superheld? Nein, Buddel. Nur ein Teilnehmer beim Rennen. Leo, das kitzelt. Warum trägt er dann eine Maske? Bestimmt will er sein Gesicht verstecken, weil keiner erkennen soll, wer er ist, Buddel. Der kann nicht besonders gut sein. Den schlägst du mit links, Bob. Ich bin schon froh, wenn ich überhaupt ins Ziel komme. Hallo, Charlie. Ist Bobs Motorrad fertig? Ja, fast. Hier habe ich noch ein paar Aufkleber, damit es ganz besonders cool aussieht. Das hier gefällt mir gut. Ich wette, sogar dieser maskierte Superfahrer wird beeindruckt sein, wenn er das sieht. Das fand Leo auch am besten. Er ist so gespannt auf das Rennen. Er wäre so gerne alt genug, um mitzufahren. Psst. Buddel. Buddel. Ich weiß echt nicht. Äh, was? Leo ist der maskierte Superfahrer-Buddel. Das hat Charlie gesagt. Nein, das ist er nicht. Er hat gesagt, Leo würde gerne mitfahren, aber er ist nicht alt genug. Doch wenn Leo eine Maske trägt und so tut, als wäre er jemand anders, dann geht es. Oh, Buggy. Du hast wirklich eine blühende Fantasie. Hm, sieht schon ganz schön schwierig aus, oder? Bist du nervös, Bob? Ich wäre sehr nervös, wenn ich so lange nicht gefahren wäre. Nein, ich hoffe nur, mein Motorrad hält durch. Der maskierte Superfahrer hat bestimmt ein tolles Motorrad und viel Erfahrung. Nein, das hat er nicht. Buddel meint, das kann er nicht haben, weil er nicht so alt ist wie du. Aha. Dankeschön. Aber woher? Herrje. Hallo, Charlie. Du kannst jetzt Probe fahren. Ja, ich bin gleich da. Ich soll das Motorrad ausprobieren. Bis gleich in der Werkstatt. Die Strecke sieht super toll aus. Ja, auch wenn wir doch auch bei dem Rennen mitfahren könnten. Bei dem Motorradrennen morgen können wir nicht dabei sein. Aber wie wäre es mit einem kleinen Baufahrzeugrennen jetzt gleich? Na? Und wer gewinnt? Ich. Oh. Hey. Ja. Juhu. Ha, ha, ha. Wuhu. Ja. 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 Das macht richtig Spaß. Ja. Hey. Ja. Ha, ha. Ja. Ha, ha, ha. Oh, oh. Oh, je. Oh. Buddel. Buggy. Was habt ihr getan? Bob, das tut uns echt leid. Wir wollten auch ein Rennen fahren, so wie du. Ich weiß, Buggy. Aber vielleicht gibt es jetzt gar kein Rennen. Oh, nein. Ich wollte dich doch so gerne gewinnen sehen. Es wird schon bald dunkel. Ich glaube, vorher kriegen wir das nicht mehr hin. Dann arbeiten wir die ganze Nacht. Bitte, Bob. Wir machen das wieder gut. Ja, Bob. Buggy hat recht. Wir kriegen das wieder hin, wenn wir zusammenhalten. Jep. So leicht wirst du dich vor dem Rennen nicht drücken können. Äh. Also dann, Freunde. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. So leicht wirst du dich vor. Du schaffst das, Bob. Du gewinnst das Rennen. Ich weiß es. Danke, Buggy. Aber der maskierte Superfahrer hat sicher mehr geschlafen als ich. Nein, hat er nicht, Bob. Was redest du da, Buddel? Na ja, wir wussten nicht, ob wir es dir sagen sollen. Aber Leo ist der maskierte Superfahrer. Wie bitte? Also eure Fantasie möchte ich haben. Aber vielleicht habt ihr da gar nicht so Unrecht. Wendi, wo bist du? Hallo, Bob. Ich wollte dir nur sagen, dass ich etwas später komme. Aber ich bin ganz sicher bis zum Rennen da. Okay, kein Problem. Hey, hat Buggy dir auch erzählt, dass sie Leo für den maskierten Superfahrer halten? Ja. Aber lass dich dadurch nicht ablenken. Möge der beste Fahrer gewinnen. Danke, Wendi. Bis gleich. Willkommen zu Bauheims erstem Motocross-Rennen. Jetzt stelle ich euch die Fahrer vor. Erster ist Daniel Nord. Gefolgt von Julia Walter. Dann Bob der Baumeister. Und zuletzt der geheimnisvolle maskierte Superfahrer. Ja, da ist er. Los, Leo. Entschuldigung, wir sind spät dran. Hä? Leo? Aber wenn du hier bist, wer ist dann? Viel Glück für alle Teilnehmer. Auf die Plätze. Und fertig. Los. Das war ein gelungener Start von Bob. Doch er wird verfolgt von Daniel Nord und Julia Walter, die jetzt auch schon an der ersten Kurve sind. Los, Bob! Los, Bob! Der maskierte Superfahrer ist nun dicht hinter Bob. Aber Bob führt immer noch den maskierten Superfahrer im Rücken. Oh, pass auf, Bob! Und Bob ist wieder in Führung, aber nur ganz knapp. Verblüffender Angriff des maskierten Superfahrers, der somit als erster ins Ziel fährt. So ein Pech, Bob! Juchu! Gratuliere. Gut gefahren. Damit ist Bob zweiter und Julia Walter dritte. Was für ein spannendes Rennen. Und ich bin sicher, ich bin nicht die Einzige, die unbedingt wissen will, wer unser Gewinner ist. Hallo, Bob! Das ist Wendy! Oh, das hast du gewusst, Papa, oder? Wer meinst du, wer ihr Motorrad flott gemacht hat? Das ist großartig, Wendy! Ich gratuliere, Bob! Danke, Frau Bürgermeisterin. Warum die Maske, Wendy? Ich dachte, das wäre lustig. Außerdem war es so schön geheimnisvoll. Herzlichen Glückwunsch, Wendy! Juhu! Ich denke, es hat wirklich der beste Fahrer gewonnen. Juhu! Bob, darf ich als nächster fahren? Heute bauen wir einen Strand, Freunde. Und hier ist der perfekte Platz dafür. Einen Strand? Hier? Aber Bob, gehört dein Strand nicht eigentlich ans Meer? Und haben Strände nicht auch Sand? Ja, da habt ihr beide recht. Aber Hochhausen bekommt einen Stadtstrand mit Sand direkt vom Meer. Die Leute können also den ganzen Sommer herkommen und eine Pause am Strand machen, um das schöne Wetter zu genießen. Oh, dann können sie sich in der Sonne Sonnen- und Strandspiele machen? Das stimmt, Heppo. Genau wie an jedem anderen Strand. Nein, nicht wie an jedem anderen Strand. Unser Stadtstrand wird ein Nummer-eins-Strand. Ein Nummer-eins-Strand, Herr Brauer? Nummer-eins-Strande sind besser als normale Strände. Die sind sauber und sicher für die Kinder zum Spielen. Kein Dreck, kein Durcheinander, nirgendwo Müll. Keine Sorge, Herr Brauer. Wir hinterlassen immer alles sauber und sicher, wenn wir fertig sind. Das höre ich gern, Bob. Später kommt ein Prüfer, dann muss ja alles ordentlich und blitzeblank sein. Äh, halt, Herr Brauer, das brauche ich noch. Tut mir leid, ich kann keine Ausnahme machen. Nur ein winziges Stück Müll kostet uns vielleicht die Auszeichnung. Oh, Herr Brauer, dort drüben haben Sie etwas übersehen. Oh. Sehen Sie selbst. Oh nein. Also, Team, bauen wir den ersten Nummer-eins-Stadt-Strand. Ja, gut so, Heppo. Ist das auch genau die richtige Position, Bob? Ich will, dass alles ordentlich ist. Das ist punktgenau, Heppo. Mach weiter. Und du bist ganz sicher? Nach dem, was Herr Brauer gesagt hat... Hey, Buddel! Pass doch auf! Wir müssen den Strand blitzsauber halten und du verstreust deinen Sand überall. Ups, Entschuldigung. Ist schon okay, Buddel. Aber alles muss dahin, wo es hingehört. Wenn nicht alles ordentlich ist, wird der Strand kein Nummer-eins-Strand. Wir haben noch jede Menge Zeit fürs Aufräumen, bis der Prüfer da ist. Aber zuerst müssen wir den Strand bauen. Okay, Team, auf geht's! Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun. Doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlagt ein. Jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern. Wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlagt ein. Einmal sonnengelb und einmal meeresblau. Diese Strandhütten werden richtig toll. Und die Farbe trocknet schnell an einem so sonnigen Tag wie heute. Ach du meine Güte. Bob, Wendy, vorsichtig mit diesen Farbtöpfen. Wir wollen nicht, dass hier überall Farbkleckse sind. Wenn Flecken auf die Steine und den Sand kommen, ist hier alles... Keine Sorge, Herr Brauer. Das ist wasserlösliche Farbe. Ach so? Mit warmem Wasser geht jeder Fleck weg. Oh oh. Oh, mein Mülleimer. Oh je. So wird es hier nie sauber und aufgeräumt aussehen, Buddel. Entschuldigen Sie. Der Startprüfer kann jede Minute hier sein, um sich alles anzusehen. Genau genommen ist er vielleicht schon hier. Wirklich? Oh ja. Jeder, der sich dem Strand nähert, könnte der Prüfer sein. Also achte darauf, dass alles sauber und aufgeräumt ist. Oh, das kitzelt. Oh, hallo, Möwi. Herr Brauer hat gesagt, jeder, der sich dem Strand nähert, kann der Prüfer sein. Aber wer ist es? Nein, wohl eher nicht. Die auch nicht. Halt, warte. Und wenn es zwei Prüfer sind? Vielleicht haben sie ja Kameras in ihren Butterbroten versteckt. Vielleicht auch nicht. Vielleicht essen sie nur zu Mittag. Möwi, halt nach dem Prüfer-Ausschau. Huch, der Prüfer. Er ist hier. Das muss er sein. Oh nein. Huch, der Prüfer. Der Prüfer kommt. Hä? Sei vorsichtig, Buddel. Halt! Huch! Ach, Buddel, was soll das denn? Da ist der Prüfer. Wovon redest du, Buddel? Er ist dort drüben und macht Fotos. Vom Strand und vom Meer. Der Nummer-ein-Strand-Prüfer. Hä? Er beobachtet Vögel, Buddel. Das Einzige, was er prüft, ist, wie die Vögel hier leben. Oh, dann entscheidet er also nicht, ob das hier ein Nummer-ein-Strand wird? Nein. Ich war zu überdreht, oder? Ein bisschen schon. Aber wieso? Dafür gab es keinen Grund. Peppo und Herrn Brauer war es doch so wichtig, dass alles schön ordentlich ist. Und ich bring immer alles durcheinander. Ich dachte, wenn es hier nicht sauber und aufgeräumt ist, kriegen wir keinen Nummer-ein-Strand. Aber ich hab doch vorhin schon gesagt, dass wir am Ende genügend Zeit haben, um aufzuräumen. Wir hinterlassen doch alle Baustellen sauber und sicher. Wenn wir aufräumen, bevor wir fertig sind, brauchen wir für alles viel länger. Ja. Du hast recht, das seh ich allen. Werden wir denn mit dem Strand noch rechtzeitig vor der Prüfung fertig, Bob? Ja. Wenn wir ruhig weiterarbeiten und nicht überdreht sind. Also, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Gut gemacht, Burdel. Das ist der letzte Sack für die Müllkippe. Du kannst losfahren. Ach, du liebe Güte. Sieh doch mal. Die Strandprüferin ist eingetroffen. Jetzt. Hä? Die Prüferin? Alles gut, Burdel. Fahr einfach schnell weg. Okay. Eine Tüte. Die hole ich. Nein, Burdel. Lass liegen. Oh. 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 Ah, ich hab's. Mila, Tim, Anton, schnell. Kommt her und helft mir. Was gibt's? Was können wir tun? Und dann weiter Richtung Osten sehen sie. Oh, halt. Wo wollen sie denn hin? Wir müssen schnell aufräumen. Benutzt eure Eimer und Schaufeln. Okay, Burdel. Alles klar. Genau so. So schnell es geht, bitte. Es ist zu spät, oder? Das hier wird bestimmt kein Nummer 1 Strand. Halb so schlimm, Burdel. Wir haben uns bemüht. Ich war wieder zu überdreht. Hab ich recht? Vielleicht ein kleines bisschen. Aber diesmal hast du es gleich wieder gut gemacht. Es war eine tolle Idee von dir, die Sportis zu bitten, den Müll wegzuräumen. Und außerdem haben wir einen schönen Strand gebaut. Warum genießen wir ihn nicht? Gute Idee. Das sollten wir tun. Wir müssen doch noch nicht nach Hause, Betty. Nein, jetzt gibt es ein riesiges Eis. Das habt ihr euch ehrlich verdient nach der schweren Arbeit am Strand. Eis! Juhu! Es kommt an Bord in euren eigenen Eiswagen. Klingelingeling. Klingelingelang. Klingelingelingelang. Bröcklnitzin. Ich glaube, die Sandburg muss repariert werden. Findest du nicht auch? Das sieht nach einer Aufgabe für Bob den Baumeister aus. Wie wäre es mit einer kleinen Verschönerung? Was? Wir haben die Auszeichnung trotzdem gekriegt? Ja, die Prüferin hat gesagt, sie hat noch niemals so eine tolle Zusammenarbeit in einer Stadt gesehen, damit ein Strand sauber und aufgeräumt ist. Oh, das glaube ich ja nicht. Wie großartig. Toll gemacht, Team Bob. Und jetzt? Wo ist Buddel? Das ist für dich, Buddel. Vielen Dank. Deinetwegen wurde unser Stadtstrand tatsächlich zu einem Nummer-eins-Strand. Gut gemacht, Buddel. Bravo! Ich freue mich, dass jetzt alles ordentlich ist. Freu dich nicht zu früh. In der Werkstatt liegt noch einiger Müll rum. Oh, Jippie! Ich liebe Müll und Unordnung. Nein!